Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Blantes Boltercast und es ist eine kleine Spezialfolge, denn es ist gleichzeitig die zweite Folge oder die Fortsetzung des originalen Warm-of-40K-Podcasts mit Raikir. Oh Gott, Raikir, wie lange ist der her? Den haben wir, glaube ich, so vor zwei Jahren oder so zusammen aufgenommen. Kommt mir länger vor, aber im Kern war es einfach nur ein Video von, hey, wir reden ja miteinander, lass das mal aufnehmen. Ja, genau, das ist schon eine Weile her und das Ding ist, ich habe mir diesen Podcast seitdem immer noch ein paar Mal angehört, weil ich finde ihn auch einfach gut und auch von den Zuschauern, die mögen ihn ja auch. Ich wurde auch drauf angesprochen. Ach echt, sehr schön. Tatsache. Nee, und das Interessante ist, du hörst dann ja immer dein vergangenes Ich reden und Augenblick mal kurz meinen kleinen Hund nervt mich gerade hier. Horst, aus. Horst, aus. Horst, das Ding ist, der hat schon mein Bademantel zerfleddert und da hängt jetzt so eine Schlaufe runter und immer, wenn ich hier rede, flattert die Schlaufe und er sieht das als Spielerforderung. Ach, alles gut, warne mich einfach vor, dass du mit deinem Hund redest, ansonsten fühle ich mich irgendwann angesprochen und denke so, warum ist der so unhöftig zu mir? Nein, nein, nein. Horst, aus. Ja, genau richtig. Steh jetzt! Spare deine heretischen Meinung. Ja, nee, das ist halt damals und da hört man immer selbst vergangenes Ich reden und ich weiß noch so zum Beispiel über so ein paar Fragen, die ich dir damals gestellt habe oder allgemein, wie ich damals noch im Hobby stand, so relativ neu noch. Ich meine, ich habe damals so gesagt, damals habe ich noch kein einziges Model bemalt, was sich jetzt drastisch geändert hat und deshalb fand ich es auch einfach interessant, einen weiteren Podcast zu machen. Und nun war so, dass die Frage so, welches Thema jetzt weiter eventuell nochmal in Warhammer 40k reinknallen, aber dann habe ich mir so gedacht, das Warhammer 40k Thema sowieso behandle ich ja an sich auf meinem Kanal jetzt schon ausgiebig mit hier auf Bolterblante. Und kompetent. Ja, dankeschön. Und deshalb habe ich mir so gedacht, aber du, Reike, du bist ja viel, viel tiefer und man merkt, das finde ich auch an deinem Kanal, viel, viel intensiver. Warte mal, Horus, jetzt ist mal gut hier. Aus. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und du bist ja viel, viel intensiver so in Fantasy drinne und im Grunde stehe ich aktuell zu Fantasy so ähnlich, wie ich damals zu 40k stand, als ich mit dir geredet habe. Und deshalb dachte ich, es wäre doch interessant, wenn du mich diesmal etwas weiter rumführst in den Galerien der alten Welt, der Old World und uns so ein bisschen erklärst, was denn da eigentlich aktuell gerade bei Fantasy abgeht, was dieses Age of Sigma ist, was dieses kommende so Old World ist. Und da kannst du mir, glaube ich, auch noch ein paar Fragen erklären, die ich da noch an dich hätte. Und deshalb, ja, also generell Warhammer Fantasy, das wäre so das obergreifende Thema für diese Folge. Ganz ausgezeichnet. Dachtest du ja quasi, hey, komm, ich frag mal eine alte Einstiegsdroge nochmal, let's go. Richtig. Ja, richtig. Ganz genau. Ganz genau. Wobei man sagen muss, du warst immer eine sehr, sehr gute Einstiegsdroge, weil du auch immer davor gewarnt hast, wie scheiße teuer dieses Hobby ist und sowas. Also, da warst du auch immer dabei. Also, da gibt's auch furchtbare Beispiele. Darum, Rausch und Rauschmittel, ne, ist ja in Ordnung, aber bitte mit Vorsicht. Genau wie bei Warhammer. Ja, aber das hab ich auch hier in der zweiten Folge vom Boltercast auch mit Vince erklärt gehabt, dass ich damals so richtig eine neue Serotoninquelle gefunden hatte. Ja, ja. Irgendetwas Neues, was du kaufen, konsumieren, bearbeiten kannst, wo du so dieses Rauschgefühl hast. Und ansonsten ist es manchmal so, manchmal sitzt man ja, wenn man denkt so, ich hätt jetzt schon Bock, was zu kaufen, aber ich hab keine Ahnung was. Und auf einmal, ja, gab's da halt so bemalte Spielzeugarmeen und sowas. Und es ist ja auch scheinbar so ein unendliches Rabbit Hole. Das hört ja auch einfach nicht auf. Du hast das ja nie fertig. Du kannst da immer noch tiefer rein. Du kannst immer noch auf Forgework gehen. Du kannst hier noch ein Buch holen. Du kannst dich da noch mit beschäftigen. Das hört ja einfach nicht auf. Das hat ja seit vielen, vielen Jahren ist das ein etabliertes Universum. Und es gibt dir halt auch das wieder, was du an Zeit reinsteckst. Das ist ja auch das Schöne daran. Ja. Naja, klar, die bleibt ... Man hat ja dann auch schöne Vitrinenmodelle, weil die Dinger sehen ja auch irgendwo schön aus. Aber wie sieht's denn bei dir aus? Wie viel malst du aktuell noch? Malst du das noch? Oder ... Also, malen war für mich immer so ein schwieriger Punkt in dem Hobby. Oder bist du noch aktiv drinne mit dem System und auch dem Bastel- und Kaufaspekt? Nee, also, bei mir ist es so, dass ich ursprünglich eingestiegen bin damals mit dem Mordheim-System. Das war ein Spezialistensystem für One of Fantasy. Ist das so was wie Kill-Team für Fantasy? Genau. Es ist sehr vergleichbar. Es ging damals darum, dass du eine kleine Heldentruppe in einer ruinierten, vom Chaos verseuchten Stadt spielst und halt verschiedene Missionen abschließt und dann deine Heldentruppe auch mit RPG-Elementen auflevelst. Das war meine erste Auseinandersetzung mit dem Tabletop-Bereich. Und das war immer eine Sache, die ich mit einem festen Freundeskreis gemacht habe. Ja. Und ich hab mich dann immer weiter in diese Story-Seite des Ganzen reinentwickelt, weil ich bastel- und maltechnisch leider vollkommen unbegabt bin. Und es war immer ganz okay, wenn ich jetzt halt zum Basteln und zum Malen halt mich mit den Leuten hinsetzen konnte. Wir haben immer Bastelabende gemacht. Und dann war das quasi einfach nur was, was deine Hände machen, während du dich geizig mit was anderem beschäftigst. Ja, ja. Aber es hat sich dann leider immer ein bisschen weiter verlaufen. Und mein langjährigster Spielpartner ist jetzt halt vor kurzem verheiratet, hat einen jungen Sohn und ja, es hat sich alles irgendwie verlaufen. Und jetzt hat man nicht mehr so wirklich diesen Punkt, ich bin niemand, ich kann mich alleine zum Malen nicht wirklich motivieren. Ich setze mich unglaublich gerne hin, alleine mit einem Buch und lese über Warhammer. Ich liebe das. Also ich habe ein ganzes Regal voll mit den Büchern und genieße das total und schreibe sehr gerne darüber. Aber dieser Mal-und-Bastel-Aspekt war für mich immer eine Hürde, die ich überwunden habe mit Freunden. Und jetzt, wo der Aspekt quasi so ein bisschen leider weggefallen ist aufgrund von, man wird älter und die Leute haben halt ein erwachseneres, langweiligeres Leben. Ja. Ähm, ist das so ein bisschen eingeschlafen bei mir, muss ich leider gestehen. Also in der, in der tatsächlichen Tabletop-Sache arbeite ich mir jetzt gerade wieder rein, da ich meine alte Tabletop-Einsteigerei wieder habe aufleben lassen. Genau, jetzt war ja, das jüngste Video war ja mit den Tau, ne? Exakt, genau. Ja. Ähm, aber die, die, die tatsächliche Bastelseite, also ich bin jemand, ich sage seit langer, langer Zeit, ich würde es einfach sehr, sehr begrüßen, wenn Games Workshop meinetwegen auch gegen den Aufpreis alternativ bemalte Modelle verkaufen würde. Mhm. Ich, ich mag den, den spielerischen Aspekt sehr gerne, ich mag den erzählerischen Aspekt sehr gerne, aber mir gibt das Basteln nichts. Ah, okay, ja, da, da unterscheiden wir uns, weil zum Beispiel, also erzählerische mag ich halt auch, aber dieses, ähm, ähm, auch die, auch die Geschichte und sowas, aber zum Beispiel Spielen tue ich halt sehr, sehr selten. Mhm. Und auch dann sind, ist das so, sind das so eine Mega-Bieren-Bratzels-Spiele, also wirklich, wo wir fünfe gerade sein lassen und auch bei Killteam halt irgendwelche, naja, keine Ahnung, bei uns, wir stellen auch Abaddon bei Killteam bei uns aufs Feld und denken uns, verdienen uns irgendwelche Werte aus, weil, who cares, Alter? Ja, wir haben auch 3D-Drucker, weil wir's können. Ja, ist halt geil. Wo kommt die Gewichtpolizei? Muss, muss, muss ich aber auch sagen, das mag ich total, das sind die, ähm, ich bring mich halt selber auch unglaublich gerne ins Hobby mit ein, das ist unter der Gründe, warum ich jetzt beispielsweise auch die, ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel-Seite, auch vom Watchtage, Warhammer-Hobby immer sehr genossen habe, ich hab, Warhammer 40k, hab ich sehr lange gerollenspielt, ich fang jetzt bald an mit einer Fantasy-Rollenspielgruppe, ich mag es halt immer, wenn man das Universum, wie's ist, nimmt und dann so seine eigenen Ideen und seine eigenen Sachen auch mit reinbringen kann, das mach ich ja auf meinem Kanal auch nicht anders, die Lore-Folgen sind ja keine, keine, ähm, sterile, sterile Nacherzählung, da sind ja auch eigene Flavors mit drin. Ja, dieses mit dem eigenen Flavor, also das muss ich sagen, also das finde ich für mich ja auch im Basteln selbst, weil zum Beispiel, also ich bin jetzt keiner, der sich halt wirklich keine große, kohärente Armee aufbaut, weil ich, äh, für mich, äh, ein Colorschreiben so lang durchzuhalten, oh Gott, nee, kann ich nicht. Ja gut, du kommst aber von der artistischen Seite auch noch dran, du bist der Maler, du bist Zeichner, das ist ja das, was dich ausmacht. Aber was ich sagen will, ist einfach so, ist, diese Abende, keine Ahnung, wenn du einfach deine Bits kramst, die in Chaos Space Marine zusammenbastelst und dann einen Abend den anmalst und dir eine Hintergrundstory zu dem ausdenkst und dir erklären kannst, warum er gerade hier, äh, eventuell da eine Mutation hat oder was das bedeutet und das sind dann die kleinen Modelle, die stehen in deiner Vitrine und das sind so, das sind so wirklich deine, deine Dinger, wo auch deine kleinen Storys drin packen und das ist, das ist, das ist dann einfach eine schöne Sache und, äh, natürlich hatte ich dann auch schon dieses, äh, dieses Syndrom, du stellst einfach dein liebstes Moll aufs Feld und in der ersten Runde wirst du gefressen oder so. Es stimmt immer am Anfang, es stimmt immer am Anfang. Ja. Wir hatten, ähm, wir hatten damals, als wir Moretime gespielt haben, da hab ich mich das erste Mal so kreativ mit dem Hobby auseinandergesetzt und, ähm, wir haben dann Modelle, die wir aus der One-Man-Fantasy-Range kannten und hatten, haben wir dann einfach in Moretime umgeschrieben, damit wir die alle benutzen konnten. Ja. Wir haben dann eigene, eigene Listen geschrieben, eigene Regeln geschrieben und das war was, wo ich mich sehr gesehen habe und ich hab dann, ähm, einen Chaos-Krieger-Truppe für meinen, äh, Freund geschrieben und das Centerpiece war halt ein berittener Chaos-Chosen. Nice, schön. Und das war halt ein super geiles Modell, ne, war halt, ähm, basierend auf so einem, äh, reitenden Abadon-Modell, äh, reitenden Arkon-Modell und der war halt unglaublich präsent auf dem, auf dem Feld, weil Moretime ein sehr kleines System ist mit vielen engen Gassen und mit diesem riesigen Chaos-Pferd. Ist doch, ist doch so eine kleine Stadt, ne, das ist so wie, das ist doch, äh, so, gibt's da irgendwie so ein anderes Äquivalent in der Popkultur, eine Stadt, in der viel krasse Sachen passieren, Halloweentown oder so ein Mist. Es ist, ja, es ist wirklich ein Free-for-All, also du kannst dir Moretime wirklich vorstellen, ähm, das heißt die Stadt des Wahnsinns oder, ne, oder die Stadt, Stadt der Verdammten und, ähm, das war eine, eine imperiale Stadt, um das imperiale Jahr 2000 herum, 1999 um genau zu sein, und wenn wir jetzt nach dem imperialen Kalender gehen, da ist da ein Warpstone-Komet eingeschlagen. Warpstone ist ja das komprimierte, komprimierte Chaos-Energie kristallisiert. Ja. Und der ist da eingestürzt und hat diese Stadt in eine absolute, ähm, Höllenlandschaft verwandelt, weil die, 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 ähm, die Einflüsse des Chaos da halt einfach rampant, äh, rumgeflogen sind. Also da, da, da gucken dann teilweise irgendwelche Monstergesichter, die aus der Wand rauswachsen, es wachsen Chaos-Tentakeln aus dem Boden und die, ja, die, 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 die Gesetze der, der diesseitigen Welt zählen nicht mehr so ganz. Der gute Scheiß. Aber Warpstone ist halt für viele, viele, viele Kulturen, Orden und auch den Schwarzmarkt unglaublich lukrativ. Echt? Ich dachte nur die Skaven sind die, die damit so ein bisschen rumbasteln. Nee, ähm, es ist, im Grunde genommen ist es ja pure magische Energie. Das heißt, jede Form von, jede Form von zwielichtige Magie, ja, ist daran interessiert, es zu besitzen. Okay, ist Warpstone dann immer grün, oder? So wird es immer dargestellt, ja. Okay, okay, alles klärchen. Gut, und es gibt's, aber Warpstone, das ist ja, in 40k gibt's sowas ja nicht, ne? Ähm, ich bin nicht bewandert genug, um da eine, äh, definitive Aussage zuzutreffen. Es ist auf jeden Fall kein, 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 ähm, signifikanter Bestandteil des Ganzen. Ja, es wird aber ein signifikanter Bestandteil sein, denn, äh, einer meiner Zuschauer hat bei mir, äh, was in Auftrag gegeben, ähm, der möchte ein Bild, ähm, das ... Freut euch drauf, es wird etwas kommen, äh, demnächst. Folgt mir einfach auf Instagram oder so, in den nächsten Wochen oder so, soll's fertig sein. Ja, ähm, genau, wo hab ich dich grad unterbrochen? Ähm, Mordheim. Ja, Mordheim. Und das Spielsystem war dann quasi, dass du verschiedene Banden von, ähm, Rassen oder Organisationen spielst, zum Beispiel die eine, die eine Bande war die, ähm, Schwesternschaft der Sigma, die vor Ort aus Mordheim selber kommt und irgendwie versucht, ihre Stadt zu retten. Dann gab es, äh, zwergische Erkunder, die da reingegangen sind, dann gab es halt, ähm, Söldner des Imperiums, die versucht haben, da den Warpstone rauszuholen, Skaven natürlich. Jedes Abenteuer, so eine Abenteuertruppe von jeder, von jeder Fraktion. Die, die alle so ihre eigenen Gründe hatten, um in die Stadt hereinzugehen und zu versuchen, diesen Warpstone halt zu sammeln. Und, ähm, du hast dann über eine längere Kampagne hast, dann hat dann jeder, jeder Spieler seine Bande gespielt und, ähm, hat dann verschiedene Missionen erfüllt, zum Beispiel das eine, die eine Mission war, der Wagen von einer der Banden wurde halt überfallen und die ist jetzt im Zentrum der Karte und muss sich verteidigen für so und so viele Runden. Oder man versucht einfach bestimmte Warpstone, ähm, Reservoirs zu sammeln. Und das Schöne war halt, dass du jede Mission, die du spielen konntest, in die längere Kampagne einarbeiten konntest. Und du konntest deinen, deinen Miniaturen konntest du halt, ähm, Ausrüstungsgegenstände kaufen, bessere Rüstung, sie haben Erfahrungspunkte bekommen, haben neue Fähigkeiten erhalten, sind irgendwann auch dauerhaft gestorben. Also, es war halt wirklich eine coole, erzählerische Spielweise. Mhm. Ja, also, das Problem ist, ich glaube, mit diesen RPG, ähm, Tabletop-Dingern würde ich mich halt immer so ein bisschen schwer tun, wenn man dann halt so sagt, hier, du bekommst eine neue Waffe, aber die Miniatur hat halt, wenn du's nicht super magnetisiert hast, immer noch, ja, dieselbe Waffe wie ein paar Stunden zuvor. Ähm, äh, ist halt, ich meine, klar, wir wissen ja auch alle, was wir da tun, aber ich glaube, ich bin auch generell nicht so der Typ, der langfristig so eine Rollenspiele durchhalten kann. Aber, ähm, ja, Mordheim, das spielt aber auch dann, äh, das Gelände, das, äh, immer wenn ich da von Bilder gesehen hab, ist das, das ist doch, ist doch immer so eine Stadt, ne? Die, genau. Und, ich bild mir ein, ist die Stadt nicht immer irgendwie gleich aufgebaut? Also, ist es dadurch nicht ein bisschen stromlinienförmiger? Ja, wir haben's, ähm, so gemacht, wir hatten Vierecke und da haben wir verschiedene Gebäude und verschiedene Marktplätze und, ähm, Mauerstücke und so drauf modelliert. Ja. Und dann haben wir da so, also unser, unser Gelände bestand normalerweise so aus dreimal, ich glaub, fünf oder so Platten. Und wir hatten dann halt aber fast 30 verschiedene Platten. Ja. Und dann haben wir, vor, vor jeder Mission haben wir dann halt, äh, ausgewürfelt, wer wann, welches Geländestück wohin setzt. Okay, süß. Und halt so, auf die Weise konntest du's dann modular gestalten. Und, ähm, hattest du dann fast schon so eine Art, äh, Proto-Roguelike, wenn man's jetzt mal mit Videospielen vergleicht. Du hast halt diese, diese vorgefertigten Räume, die sich aber immer auf eine andere Art aneinanderreihen. Hm, ja, ja, verstehe. Ja, also, da, so, ich glaub, so mal, wollte ich das auch irgendwie ausdrücken, ich glaub, stromlinienförmig war das, aber das ist ein komplett falsches Wort dazu. Nee, und ja, das hast du dann früher halt, äh, habt ihr so immer die, ja, die eure Arme verzeicht. Genau, das war der allererste Einstieg und dann kam dann halt irgendwann der Punkt, wo wir uns überlegt haben, also wir haben einen simultanen Mordheim und Warmer 40k Schattenjäger, das, ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt. Also das eine Tabletop, das andere halt Dungeons & Dragons mit 40k. Ja, okay. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo wir halt so tief im Hobby drin waren, dass wir uns überlegt haben, okay, ähm, eins von den beiden fangen wir jetzt an. Entweder Fantasy oder 40k. Hm. Ja, es ist dann 40k geworden, weil ich überstimmt wurde. Was in Retrospektive tatsächlich irgendwie eine ganz gute Entscheidung war, weil wenige Jahre später dann Fantasy eingestampft wurde. Aber es hat mich halt schon geärgert. Ja, aber man merkt trotzdem, wo so viel mehr deine Seele dranhängt, so. Ja, ja. Man merkt so einfach so, weil, ich kann von mir aus sagen, ich bin definitiv mehr so der Sci-Fi-Typ, aber bei dir merkt man einfach, du, Fantasy. Das ist so, weiß ich nicht, dieses Urige, dieses Geerdete, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht immer so recht, wie man diesen emotionalen Unterschied zwischen Sci-Fi und Fantasy, wenn du den beschreiben kannst. Ja, ich verstehe, ich verstehe ein bisschen, was du meinst, ja. Ja, so. Also ich hab, ich hab bei Fantasy, ist es für mich, also ich bin erstmal sehr stark damit aufgewachsen, logischerweise, mit der Herr der Ringe logischerweise. Ich hab ganz, ganz viel immer mit Rittern geliebt, ich war immer sehr geschichtsinteressiert und es hat für mich so was, ähm, eher was Verträumtes. Ja. Und das hat Sci-Fi nicht. Sci-Fi ist super, ich liebe Sci-Fi. Ja, ja. Keine Frage, Sci-Fi ist toll. 40K ist auch großartig, also das ist jetzt kein, also wenn ich jetzt Fantasy hervorhebe, möchte ich damit 40K nicht schlechter reden. Ja. Ähm, aber es hat halt eher was, eher was Verträumtes. Sci-Fi hat so was, äh, nach vorne gerichtetes, progressives, ähm, ne? War immer, es war immer von 40K, progressiv. Ja. War jetzt vielleicht ein schlechter Wort, weil das gucke ich gerne zu. Ja, aber hat gut gepasst, nehmen wir. Mhm. Und, ähm, ja, ich mag halt auch einfach so diese Idee, das ist auch der Grund, warum es mich immer sehr stark zum, ähm, ähm, Dungeons & Dragons und so gezogen hat. So dieses, ähm, wir packen jetzt unsere Sachen und wir gehen jetzt raus in den Wald und erleben Abenteuer. Ja, schön. Das finde ich einen schönen Gedanken. Mhm. Ja, natürlich. Also, ich glaube, das ist natürlich auch so mit ganz viel Sozialisierung, weil ich weiß halt zum Beispiel, dass ich Star Wars vorher der Ringe gesehen habe. Und da, ähm, weiß ich nicht, ist halt schwierig. Aber, ähm, jetzt hast du ja gerade so von More Time erzählt und, ähm, wir reden ja hier und jetzt zur eigentlichen Sache. Dieses Warhammer Fantasy, das ist ja jetzt ein Wort, mit dem man jetzt schon verschiedenste Sachen meinen kann. Denn wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, also, ich hab schon ungefähr einen Plan, was da passiert ist. Also, ich bin jetzt nicht so unkundig, aber so, natürlich, man guckt am Anfang rauf. Also, ich als Einsteiger bin ja dann eingestiegen, hab 40k für mich erkundet und dann guckst du immer so aus dem Seiteninkel, da ist dieses Fantasy. Mhm. Und da, da siehst du dann immer, okay, Age of Sigma liest du, Age of Sigma, okay. Und dann siehst du, und dann guckst du auch so, okay, es gibt ganz viele Verweise, du siehst die Chaosgötter, da gibt's auch ein Fantasy. Und dann, wenn du weiter im Hobby drin bist, merkst du irgendwie, okay, irgendwas ist bei Fantasy passiert, weswegen die Fans scheiße sauer sind. Du was. Manche, manche, ja. Du, ja, ja, und du siehst es aber als Einsteiger erstmal nicht, weil du so, hä, aber das, das sind doch dieselben Rassen, das sind einfach nur neue Designs und dann kapierst du, ach so. Und dann, also, als Einsteiger, wo du noch gar nicht mehr diesen Horizont hast, merkst du eigentlich, dass Warhammer ja 20, 30 Jahre alt ist und, äh, dass da eine gigantische Geschichte dran hängt und dann, ja, aber willst du mal erklären so, wenn du dich bereit erklärst, ähm, wie. Ja, so, als Beispiel, wenn du, wenn du mit 40k anfängst, dann bist du als Einsteiger vor einer Mauer. Du bist einfach vor einer Mauer. Und wenn du bei Fantasy einsteigen willst, bist du vor einer Mauer und du hast gleich noch jemanden, der dich die ganze Zeit runterzieht. Das ist nochmal ein ganz anderes Level an Verwirrung und Einsteigerunfreundlichkeit. Was meinst du, das mit runterziehen? Ja, weil, 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 ähm, da bin ich selber auch nicht ganz unschuldig dran, weil, ähm, du hast auf der einen Seite hast du Games Workshop. Ja. Die ganz, ganz viele Sachen immer mal wieder retconnen und grundsätzlich verändern und auch viel versuchen, bei Age of Sigma so ein bisschen dieses, ähm, Warhammer, ursprüngliche Warhammer Fantasy so ein bisschen rauszunehmen und da sein eigenes Ding draus zu machen. Das heißt, es wird auch immer wieder immer schwerer, diesen Verweisen zu folgen und dann hast du halt auch noch, ähm, das tut mir auch ein bisschen leid, aber da bin ich halt auch schuldig dran. Und wenn du dann halt Leute fragst aus dem Fantasy-Hobby, aus dem Alten und fragst dann nach Age of Sigma, dann sagen die meistens sowas wie, ey, Alter, da will ich nicht drüber reden, lass mich doch mal in Ruhe. Und so bin ich auch, weil ich möchte da nicht drüber reden. Ja. Und das ist halt dann doppelt, das ist doppelt doof für ein Einsteiger und das tut mir auch leid, ähm, aber wir sind gerade halt in einer sehr, sehr komplexen, aber auch super spannenden Zeit für das Warhammer Fantasy-Universum und so komplex und spannend war es noch nie. Und genau deswegen war ich halt auch so mega happy, als du mit der Idee jetzt von dem zweiten Podcast um die Ecke gekommen bist, weil ich glaube, so viel zu erzählen und so viel auch in die Zukunft zu blicken, gab's in der gesamten Historie des Hobbys noch nicht. Ja, ne, ich meine, es wird, mein, du beziehst dich jetzt sicherlich auf diesen Amazon-Deal, ne, dass da eventuell für woher mal was kommen wird, oder meinst du jetzt mehr Fantasy? Ich meine, ich meine Fantasy, ich meine wirklich, Fantasy ist in einer Zeit, in der es noch nie so viel zu bereden gab. Weil jetzt mit den Old Worlds, die jetzt bald anstehen, ne, so was meinst du. Genau, du hast unglaublich viele Dinge, die gerade simultan laufen, alle irgendwie auf Warhammer Fantasy zurückgehen und trotzdem nur, nur partiell miteinander zusammenhängen. Wenn du erlaubst, würde ich das mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Ja, ja, los, los. Also, wir haben, ursprünglich hatten wir Warhammer Fantasy Battles. Das war, ähm, das ursprüngliche Warhammer Fantasy Tabletop-System. Ich lasse jetzt mal Warhammer Fantasy, ähm, das erste Rollenspielsystem, das war noch früher, aber das war dasselbe Universum, das waren quasi nur die Anfänge. Ja. Und Warhammer Fantasy Battles war, ähm, ein 8-Editionen langes Tabletop-System, wie Warhammer 40k es auch ist. Ja. Nach der 8. Edition, ähm, hat Games Workshop das Universum eingestampft und hat eine Übergangsperiode eingeleitet. Darf ich kurz fragen, wie lang ist das her? In welchem Jahr wurde Fantasy? 2015 wurde es eingestampft, okay. Vor 8 Jahren. Ja. Ähm, 2015 wurde es offiziell eingestampft und dann kam eine Übergangsperiode, die nannte sich Warhammer Fantasy The End Times. Ja, okay, ach so, ja, das höre ich nämlich auch immer ganz oft, die End Times, dass da irgendwas war. Also, ich dachte immer, das ist ... Das ist primär eine Reihe von Romanen, die diese Übergangszeit erzählen. Es gibt aber beispielsweise auch, ähm, eine sehr, sehr berühmte Spielereihe mittlerweile, hier die Vermintheid-Spiele, die während dieser Zeit spielen. Okay. Und was die End Times im Kern ist, ist, die End Times erzählt die Geschichte davon, wie die Welt von Warhammer Fantasy Battles, untergeht, wie der Planet gesprengt wird und wie sich die Einzelteile des Planeten in so viele verschiedene, ähm, interdimensionale Inseln aufteilt. Und diese, diese interdimensionalen Inselwelten bilden dann die Grundlage für das, was heute Age of Sigma ist. Also, bedeutet das, bedeutet das trotzdem, dass eigentlich in dieser, in der Age of Sigma-Welt Fantasy offiziell die Vergangenheit beziehungsweise Canon ist? Genau, das ist alles eine Zeitlinie. Okay, also, wenn das so ist, dann, also, ich bin, ich kann nur als Außenstehender raufgucken, aber ich muss sagen, so finde ich, das klingt ein bisschen netter, äh, so, dann ist nicht komplett auf, auf wir machen das tot und bauen es neu nur mit, ähm, also wie, keine Ahnung, wie ein Bionicle-Update oder sowas. Ähm, ja, okay, verstehe, genau. Okay, und jetzt, ja, jetzt, jetzt kann ich dir sagen, warum es doch sehr unhöflich war, weil, ähm, es war halt eine sehr, sehr überstürzte, radikale und auch, ähm, nicht sonderlich gut ausgeführte Sache. Und zwar wurden beispielsweise während den Endtimes-Geschichten, wurden einige Charaktere beispielsweise einfach übergangen, viele Geschichten wurden nicht beendet. Es sind einige, ähm, einige Lore, äh, Fakten wurden neu eingeführt und geradconnt, die jetzt für die Zukunft wichtig wurden, die einigen Leuten sauer aufgestoßen sind. Und die Art, wie Fantasy halt umgebrandet wurde, war halt nicht sehr rücksichtsvoll gegenüber den Leuten, die Fantasy mögen und gegenüber dem, was Fantasy ist. Ja, ja. Weil, weil, ähm, Age of Sigmar ist zwar in derselben Zeitlinie wie Warhammer Fantasy, aber es hat von dem Aufbau der Welt und auch von der Spielweise des Tabletop-Systems nur noch sehr wenig mit dem zu tun, was Warhammer Fantasy mal war. Weil, weil Age of Sigmar ist beispielsweise auch von den grundlegenden, ähm, von den grundlegenden Fundamenten des Tabletops ein ganz, ganz anderes Spiel. Weil Warhammer Fantasy war ein regimentsbasiertes Linien-Infanterie-Tabletop. Das heißt, du hattest Infanterie-Blöcke mit eckigen Bases, ne? Und du hast die Infanterie als Blöcke bewegt und musstest Manöver in Infanterie-Blöcken durchführen. Was halt etwas war, was sich sehr auf aktuelle, also auf echte historische Kriegsführung bezogen hat. Mhm. Und Age of Sigmar hat da ein sehr viel, ähm, 40k-igeres und auch gamigeres System draus gemacht. Okay. Ja, darf ich, aber wenn ich jetzt mal so spekulieren darf, warum GW das gemacht hat, also so, was ich so immer so online so mitgeschnappt habe, was meine, wie ich es mitbekommen hab, warum es GW so gemacht hat, ist, ähm, weil erst mal Fantasy sich offenbar nicht gut genug für die verkauft hat. Also wollten sie das irgendwie neu machen, also erst mal ein neues Branding quasi. Und, ähm, weil sie auch, ähm, hauptsächlich, äh, weil es wegen Copyright-Sachen war, weil ich meine, jetzt gibt's ja, ich meine, das find ich ja auch so, als ich das neu, das hab ich auch erst vor ein paar Monaten erst gerafft, äh, dass die Orks in Fantasy nicht mehr Orks heißen, sondern Uruks und eigentlich jede Rasse irgendwie so ein paar beknackte Silben, unnötige Silben extra bekommen hat. Ja. Ähm, und alles eigentlich, also ... Elfen sind jetzt Silverneth? Also, wirklich, also, das find ich ja auch mal ganz schlimm. Auch bei 40K ist das schlimm. Du magst die Dinge, aber da musst du erst mal entziffern, wie die Dinger heißen oder so was. Weil, gerade mit diesem Pseudolatein, was die dann immer drin klatschen oder, oder diese Wortklaubereien, das ist manchmal echt grausam. Und darum ging's irgendwie, ähm, dass man quasi, ja, das rechtlich besser machen kann. Oder warum? Warum hat, warum hat, warum sah sich GW gleichzeitig genötigt, ähm, das, gleich die ganze Welt umzuschreiben? Ähm, das Ding ist, alles, was wir darüber hören und was du in Foren lesen wirst und so, ist im Endeffekt Spekulation, weil sich, weil, weil GW ist eine Firma. Das heißt, sie haben sich dazu nicht deutlich positioniert und alles das, was sie gesagt haben, ist im Endeffekt PR. Also, wir werden keine ehrliche Antwort dazu finden, warum die Entscheidung passiert ist. Hast du einen Tipp oder eine Idee? Dazu würde ich jetzt kommen, genau. Ja. Was ich denke, ist ganz einfach, wenn Warhammer Fantasy lukrativ gewesen wäre, hätten sie's weitergemacht, Ende. So, das bedeutet, dass Warhammer Fantasy in irgendeiner Weise nicht mehr lukrativ für Games Workshop war. Ich hab da auch, ähm, durch, durch, ähm, Gespräche mit vielen Spielern, die damals gezockt haben, auch für mich rausgefunden, also für, 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 für mich, ähm, genug erklären können, wo die Probleme waren. Und zwar war Warhammer Fantasy zu dem Zeitpunkt, wo es eingestammt wurde, ein sehr stagnierendes System. Viele Fraktionen hatten uralte Kodize, uralte Regeln, haben seit langer Zeit keine interessanten neuen Helden oder interessanten neuen Charaktere bekommen. Und die meisten Spieler haben halt einfach ihre bestehenden Armeen gegen die bestehenden Armeen der anderen Leute gezockt. Das heißt, Games Workshop hat nicht wirklich neue Miniaturen und neue Regelwerke verkauft irgendwann. Ja. Ähm, einer der Gründe, warum ich denke, dass das, dass das auf der Geschäftsseite stattfindet und nicht auf der Lore-Seite, also ich glaube nicht, dass Leute damals von Warhammer Fantasy von der Geschichte abgefuckt waren, ist, dass selbst zu der Zeit, wo Warhammer Fantasy eingestammt wurde als Tabletop, gab es immer noch eine Sache, die sich besser verkauft hat als alles andere. Und das waren die Grotek und Felix Romane. Das heißt, die Leute wollten immer noch Geschichten und Abenteuer in dieser Welt lesen und erleben. Aber die Tabletop-Seite war halt einfach nicht gut genug geführt, um Games Workshop weiter Profite zu geben. Ja, aber da versteh ich, also ich, muss ich kurz einhaken, aber ich versteh da halt nicht, dass man das Tabletop-System ändert. Weil das ist ja mehr so eine gedankliche Aufgabe so quasi. Okay, ähm, kann ich ja irgendwo noch nachvollziehen, aber warum man dann gleich so denkt, gleich das ganze Universum und alles, alles muss hier ändert werden, alles. Das kann ich dir erklären. Ähm, zumindest, ich kann es zumindest so erklären, wie ich es dir. Weil mich würde, kurz nochmal, weil ich würde halt denken, dass dieses Umbranding einfach die Leute, wie ich es ja gemerkt habe, einfach mehr verwirren würde als alles andere. Mhm. Verzeih, dass ich die Hand gebrochen habe. Ja, nee, das war es eigentlich schon und jetzt kannst du. Also, ähm, das Ding ist, durch die, durch die Transition zu Age of Sigmar, das hat, glaube ich, zwei, zwei große, ähm, Gründe gehabt, die in meinen Augen Sinn machen, wenn du sie aus den Augen eines, ähm, Geschäftsführers betrachtest, der die Hobbyseite einfach nicht, nicht versteht und nicht mitnimmt. Mhm. Weil ich, ich glaube nicht daran, da kann ich jetzt gerne eines Besseren belehrt werden, aber ich glaube es halt einfach nicht, ich glaube nicht, dass die Führungsriege und die Geschäftsriege von Games Workshop schlussendlich ein tiefes Verständnis von der Hobbyseite hat. Weil das sind Geschäftsführer. Oh, das ist hart, oder? Das ist so hart, diese Vorstellung, ne, wenn man selbst so mit der Seele dranhängt, ne? Ich glaube aber, das ist, das ist aber in jedem Hobby, glaube ich so. Weil das sind schlussendlich, sind das CEOs und ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Weise wirklich an dem Produkt interessiert sind, sondern daran, dass es Geld macht. Und ich denke, was sie gesehen haben, das ist jetzt übrigens absolut nur meine Vermutung und das, was ich halt mitbekommen habe durch, ne, Gespräche mit Fans. Jo. Ich denke, dass sie zwei Sachen gesehen haben. Sie haben gesehen, äh, Warhammer Fantasy verkauft sich nicht mehr so toll und unsere Miniaturen verkaufen sich nicht mehr so toll, aber was gleichzeitig mega anzieht und wo wir immer noch unsere, ähm, unsere Verkäufe sehen, ist Warhammer 40k. Jo. Und was sie ganz, ganz eindeutig gemacht haben mit Age of Sigmar ist eine 4k-isierung, wenn ich mal dieses Wortkonstrukt mir erlauben darf, von Fantasy. Sie haben im Grunde genommen, äh, ich kann mir ganz, ganz gut vorstellen, dass da irgendwo oben einer saß und gesagt hat, Warhammer Fantasy läuft nicht mehr, 40k schon, macht Warhammer Fantasy mehr wie 40k. Und das siehst du an, 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 an zwei großen Aspekten für mich. Und die beiden großen Aspekten. Stormcast Eternals? Genau. Zum einen das Design der Stormcast Eternals, die in meinen Augen ein ganz, ganz eindeutiger Versuch sind, eine Fantasy-Variante der Space Reams zu erschaffen, weil die Space Reams halt der Verkaufspunkt von Games Workshop schlechthin sind. Und das andere ist der Übergang zu mehr Squad-basiertem, mehr Rundbase-basiertem Gameplay. Ja, na, genau. Also, das, das find ich auch interessant. Ich hab irgendwann mal so ein Skaven-Ratten-Oger-Set oder sowas gehabt und die hatten da im Karton tatsächlich viereckige und runde Basen alternativ drin, ne? Mhm. Also, äh, nett irgendwie. Aber, ähm, ja genau, aber das ja mit den, mit den Stormcast Eternals, weißt du, das Ding ist, ähm, ähm, das, das, das fand ich halt immer so, also, die Stormcast Eternals an sich von der Lore und wie die funktionieren, wenn man sich da mal reinliest, die sind theoretisch cool. Mag ich, find ich auch cool das Konzept und das kann auch gern funktionieren und ich denke auch, dass man darin auch mit diesen, äh, gute Romane schreiben kann und dass mir die auch gefallen könnten. Aber wenn ich dann immer so, äh, an Fantasy, an Warmer Fantasy so gedacht habe, dann, dann fand ich das eigentlich immer so schön, dass so der klassische, das, das klassische Militär, also das Standard-Militär, das dieses, diese Welt präsentiert, äh, dass das unter dem Imperator Karl Franz steht, quasi eigentlich, ähm, aus dem, äh, 30-jährigen Krieg sind. Das sind ja keine Ritter, die Ritter sind die Breton, sondern die haben ja hier Musketen, die haben helle Barten, die haben so bunte, ähm, ja, wie, ich weiß nicht, wie man diese Klamotten genau nennt, aber das fand ich, was? Ein Wams, ein buntes Wams, die bunten Strumpfhosen. Ja, und das, das fand ich halt immer auch so, so wunderbar originell und was auch, finde ich, das Warmer Fantasy für mich so, als der immer so raufgeschielt hat, auch irgendwie trotzdem so einzigartig gemacht hat, war, dass du einfach auch diese, äh, es ist halt nicht der Standard-Ritter, der da steht, aber jetzt haben wir die Stormcast Eternals, die halt, ja, wie der Standard-Ritter mit einem Sanguinius-Totenfratzer aussehen. Und, ähm, die, die sind halt für mich als 40k-Freund, ich hab auch mal überlegt, ob ich mir vielleicht mal so ein paar Stormcasts hole, um damit gut zu kitbashen, aber, ja, weil die halt Space Marines sind, nur ohne Jetpack. Was ich halt, ähm, sehr, sehr schön finde, gerade, das ist eigentlich eine schöne, ungewollte Überleitung, insofern, oder, oder, ähm, ein Rückruf auf das, was wir vorher besprochen haben, ähm, ich komm ja aus dieser sehr, sehr rollenspiel-lastigen, sehr, sehr, ähm, lore- und geschichtsträchtigen Schiene des Hobbys. Und in der Hinsicht ist, ähm, Fantasy halt ein unfassbar reichhaltiges Universum, weil, wie du gerade schon erwähnt hast, wir haben das Imperium, das sehr, sehr, sehr stark von den einzelnen kleinen deutschen Nationen inspiriert wurde, also vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, auch mit den Kurfürstentümern und der Wahl und allem. Wir haben das, äh, klassisch-arturische in den Bretonen, wir haben Wikinger in den Norskanern, wir haben irgendwo Ägypten drin mit den Nehekaranern. Wir haben Aztekendinosaurier, Alter. Wir haben Aztekendinosaurier. Junge, das ist aber auch wirklich, achso, und wir haben Rattenmenschen. Ja, und es ist wirklich so vielseitig wie kaum ein anderes Fantasy-Universum, was ich kenne. Ich weiß ja nicht, ob du, ähm, wie viel du da schaust, aber es gibt so einen Amerikaner oder so einen englischsprachigen YouTuber, der heißt Abitor Ian, Abitor Ryan oder so, der, ähm, der, ähm, der ist auch schon sehr, sehr lang dabei im Hobby und redet halt auch sehr viel so auch über die, die, die literarischen Hinweise oder all sowas, die verweise letztens so ein Video, warum die Primarchen die Namen haben, die sie haben. Und da hat er zum Beispiel auch mal sowas Interessantes über Fantasy gesagt, dass, äh, Fantasy wurde sich von Kunsthistorikern, ähm, geschrieben. Cool. Und das, also, dass die ursprünglichen Schreiber halt das alles eigentlich studiert haben und da merkt man eigentlich so, da, das ist, weil Warhammer mich auch mit meiner Künstler-Serie so anspricht, aber da auch so viel Geschichte drin ist, das ist irgendwie wie so ein perfekter Sturm, so ein Match made in Heaven gewesen. So, weil, das ist ja auch wie bei Warhammer, was ich auch schon wieder in einem Podcast, ich hab's letztens auch schon wieder erklärt, äh, gesagt habe, irgendwie hast du ja, hast du das Gefühl, egal was du von Warhammer siehst, du kennst es von irgendwo her, aber es ist halt getwistet. Es ist halt new but different. Mhm. Und, äh, das ist einfach auch schön, weil auch, als wenn man dann, ich weiß noch genau, weil immer wenn du dir so Fantasy-Karten anguckst, so Mittelerde oder was auch immer es für Karten gibt, denkst du, cool, cool, cool. Aber als ich dann irgendwann einfach mal Warhammer-Fantasy-Map aufgemacht hab und gesehen habe, das ist ja unsere Welt, da ist mir so, da hab ich's kapiert, was die da, oder so wie, Nordamerika sind Dark-Elfen, sind Dunkel-Elfen, okay. Auch die neue Welt, alte Welt, die gleichen Begriffe. Ja, das fand ich super, also ... Ich find das auch, was ich da halt so schön finde, ist, um da anzurufen, das mit den Kunsthistorikern, ist ein Fakt, den wusste ich nicht, aber es macht so viel Sinn. Weil ich kann das halt auch von der Perspektive von jemandem, der Mittelalter-Darstellung, Mittelalter-Märkte unglaublich gerne mag, ich hab Geschichte auch lange genug studiert, ich liebe dieses Thema. Und das Schöne ist, immer wenn ich mich über unsere tatsächliche mittelalterliche, hochmittelalterliche Geschichte weiter informiere, weiß ich Warhammer-Fantasy mehr zu schätzen. Weil es gibt so viele Kleinigkeiten, zum Beispiel die Art, wie Geld im Imperium funktioniert. Das sind, du hast Groschen, Schillinge und Kronen. Und zwölf Groschen sind ein Schilling und zwanzig Schilling sind eine Krone. Und das ist genau, das ist genau dieselbe, dieselbe, derselbe Geldaufbau, wie mit den alten römischen, mit den alten römischen Münzen im frühen und mittleren, im frühen Mittelalter. Ja. Das ist historisch belegt, genau so wurden die Münzwerte quasi aufgearbeitet. Oder wenn du dich mehr mit dem Räickland beschäftigst, das ist das Gebiet im Imperium, wo die Hauptstadt Altdorf sitzt. Ja. Das ist am, das Räickland ist benannt nach dem größten Fluss, der da durchfließt, der Räick. Aber jetzt nicht Räickland Flashshade? Ja, genau, daher kommt das, genau. Und du merkst einfach, dass da so viel auch auf tatsächliche Geschichte geachtet wurde, weil im Imperium halt der Räick, dieser Fluss, so ein zentraler, kultureller Punkt ist, der Großteil des Transportes geschieht über diesen Fluss. Du hast gewaltige Transportflöße und Schifffahrt auf diesem Fluss, die passiert. Schifffahrt ist generell ein Riesenpunkt in Warhammer. Genauso wie es damals auch in der Geschichte war. Ein Aspekt, der beispielsweise in Warhammer Fantasy sehr stark hervorgehoben wird, der in den meisten anderen Mittelalter-Fantasy-Universen irgendwie ein bisschen vergessen wird, ist Flussschifffahrt. Flussschifffahrt war in unserer historischen Vergangenheit ein unglaublich wichtiger Punkt für Warentransport und auch für Menschentransport. Und wenn du jetzt mal schaust auf andere Rollenspiel-Universen, wie beispielsweise Dungeons & Dragons, Pathfinder, DSA oder auch auf literarische Werke wie Herr der Ringe. Herr der Ringe ist außerordentlich gut recherchiert und ausgearbeitet. Tolkien ist ein Meister. Aber trotzdem diese kleinen Aspekte, wie das Flussschifffahrt hervorgehoben wird, das macht mir so viel Spaß, weil ich einfach auch in meinem anderen Hobby dadurch bereichert werde. Dadurch, dass ich Warhammer Fantasy mag, werde ich ein besserer Historiker in dem Sinne. Ich werde besser in einer Mittelalter-Darstellung. Ja, aber das ist ja auch so ein Vorteil von so einem Fantasy-Universum, das so semi-realistisch sein möchte. Alles, was super realistisch und super detailgetreu ist, wird gesehen und alles andere, ja, Fantasy. Ich meine, Noska oder Orcs tragen Hörner mit Helm, das ist ja jetzt mal historisch, ne? Oder generell, nicht nur die, alle Helme, die die tragen, sind absolut das Schwachste und die sollten Nackenschmerzen haben. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne auch an dieser ganzen visuellen Darstellung von Warhammer, was auch in 40K ist, aber auch in Fantasy finde ich ja noch viel besonders. Weil du kannst Artworks oder Screenshots von Fantasy-Welten sehen und viele könntest du, glaube ich, nicht der richtigen zuordnen. Aber bei Warhammer, da siehst du einfach diese übertriebenen Helme, diese, zum Beispiel als du letztens hier in dem Video den Trailer zu Immortal Empires besprochen hast. Ja. Jeder Elf in diesem Video trägt den Schwachsinn seines Lebens auf den Kopf, aber dadurch ist es auch, du erkennst alles. Du, es ist, es ist, es ist, es hat richtige Dinge im Detail, aber nimmt sich auch die Freiheit, unglaublich pompös und aufgebläht zu sein. Was da aber so unglaublich schön ist, und das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, als du darüber geredet hast, weil das hast du unglaublich gut erkannt, ist aber die Balance dazwischen. Weil, wenn du auf die normalen Fußtruppen schaust, die sind zum großen Teil sehr realistisch und nicht sonderlich übertrieben. Und wenn du, ähm, wenn du auf die Heldencharaktere guckst, da wird's dann groß und übertrieben. Aber das ist ein sehr, sehr meisterlicher Einsatz von diesem, von dieser Übertreibung, um halt diese Charaktere, die ein bisschen übermenschlich sind, die halt die großen Figuren sind, noch größer zu machen. Larger than life. Ja, absolut, vollkommen richtig. Und dadurch wird auch diese Diskrepanz zwischen dem einfachen Soldaten und dem großen General noch deutlicher. Und gleichzeitig dadurch, dadurch, dass du diesen realistischen, einfachen Soldaten hast, hast du aber auch gleichzeitig so einen Anker in der Realität, wodurch der alberne General nicht mehr ganz so albern wirkt. Weil alles irgendwie dann doch wieder auf einer ebenerdigen, realistischen Fundamentsache begründet liegt. Und dann verzeiht man sowas auch eher, finde ich. Ja, definitiv. Also, das ist, es hat alles seinen Zauber. Wortwörtlich, ja. Ist großartig. Nee, aber, aber, wenn ich, dieser, dieser, auch dieser Immortal M-Trials Trailer, weil, äh, ich hab den, hab den ja auch gesehen, weil, ja, ich zock ja auch, ähm, Total War Warhammer, Total War Warhammer 3. Ähm, aber, gut, bevor wir jetzt dazu kommen, ähm, nochmal, wir haben ja jetzt, äh, über Fantasy geredet, ähm, da in Age of Sigma. Ja. Und jetzt, was jetzt ja auch irgendwie in den Startlöchtern steht, das, äh, ich hab's natürlich auch mitbekommen, aber ich hab's, glaub ich, noch nicht so ganz kapiert. Oder ich hab so ein paar Fragen an dich. The Old Worlds? The Old World. Warhammer The Old World, genau. Ja, also, heißt es jetzt, äh, nochmal ein Dimensionsballerbang und alles wieder auf, auf Anfang oder Prequel-Time wie Horace Heresy? Weil mein, mein Verdacht ist es quasi, dass es jetzt das für Fantasy ist, was Horace Heresy gerade für 40k ist. Das ist ein sehr guter Verdacht. Ja, denk ich mal, ne? Ähm, also, da, da, da darf ich jetzt vielleicht einmal mit mir ein bisschen Werbung machen. Ich habe ein Video gemacht, was heißt, alles Wichtige zu, ähm, Warhammer The Old World und meiner Analyse. Das erklärt ... Ah, das hab ich, glaub ich, noch nicht gesehen, tatsächlich. Alles gut, aber das, da, 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 da kann ich gerne drauf verweisen, wenn, wenn man nach der Folge hier vielleicht Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Da hab ich alles zusammengetragen, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Aber als Einstieg, so, Warhammer The Old World, da hast du einen unglaublich guten, äh, Verdacht gehabt, ist exakt das. Es ist ein Prequel und es fügt sich auch weiter in die Timeline ein. Das heißt, wir haben zwar jetzt dieses Warhammer Fantasy Battles, Endtimes und Age of Sigmar. Das ist alles irgendwie was anderes, aber es läuft ja alles auf derselben Timeline ab. Und Warhammer The Old World bleibt ebenfalls auf dieser Timeline. Geht aber von dem Standpunkt von Warhammer Fantasy Battles 200 Jahre zurück und spielt zu einer anderen Zeit. Warhammer Fantasy Battles war nach dem imperialen Kalender zum ungefähr zwischen 2400 und 2500. 2400, okay, ja. Genau. Und Warhammer The Old World nimmt uns jetzt zurück in eine andere Zeit und spielt so ungefähr zu 2250, 2300, so ungefähr. Ja. Und es ist immer noch dieselbe Timeline. Und, ähm, die Geschehnisse von Warhammer Fantasy Battles, Endtimes und Age of Sigmar werden auch nicht geradconnt. Die werden nicht ausgehebelt, sondern Games Workshop nimmt nun quasi die Lupe. Diese britische Sturheit, ne? Genau. Nö, wir haben das so gemacht, das bleibt jetzt so. Auch wenn wir es davor einmal kaputt gemacht haben, aber trotzdem, das bleibt alles so. Genau. Und sie sehen jetzt quasi einfach nur die, die, ähm, das Spotlight. Und schieben es jetzt auf einen anderen Teil der, der Timeline, des Zeitstrahls, um jetzt diese wenig ausgearbeitete Zeitperiode der Weltgeschichte mit mehr Leben zu füllen. Ja. Und, ähm, von einer Tabletop-Seite her zu versuchen, den genervten Fantasy-Fans, so wie mir, ähm, wieder etwas zu geben, was sie spielen können. Ja, aber das würde doch theoretisch bedeuten, dass zum Beispiel, wenn es 200 Jahre davor steht, dass es trotzdem immer noch illegal ist, so jemanden wie Quick Headtaker aufs Spielfeld zu stellen, oder? Ja, den gibt es nicht. Also, ähm, der Punkt ist, genau, klar, ähm, es wird einige Charaktere geben, die es in, äh, zu dieser Zeit gab und die es dann auch in World of Fantasy Battles immer noch gibt. Ja. Beispielsweise von, ähm, den Kemri, der Anführer, Cetra, the Imperishable. Ja. Er ist ein Untoter, den Typen, den, äh, gab es damals schon und er wird wahrscheinlich auch wieder der Anführer dieser Fraktion werden. Aber beispielsweise auch Karl Franz, der Imperator von dem Imperium, der ist zu dieser Zeit noch gar nicht geboren. Ja, genau. Was macht man denn mit seinem Pegasus-Hotohü? Greif. Pegasus ist unglaublich bretonisch. Ja, ja, stimmt, ja, richtig. Nein, aber, ähm, wir betrachten eine Zeit, die auch sehr, sehr spannend ist. Also, ich finde, da hat Games Workshop auch einen, äh, sehr, sehr guten Ort in der Timeline gefunden. Wir befinden uns in einer Zeit, in der das Imperium politisch gespalten ist. Wir haben kein Einer des Imperiums. Krieg, perfekt. Krieg, perfekt. Ja, genau. Wir haben vier separate Einzelstaaten, die sich herausgebildet haben, nachdem der letzte Imperator gestorben ist und die Kurfürsten keinen Nachfolger ernennen konnten. Und jeder dieser einzelnen, ähm, imperialen Staaten hat so seinen eigenen thematischen Anklang oder seinen Anstrich. Wir haben auf der einen Seite, haben wir Elsbeth Magritta VI., die befindet sich um die Stadt Marienburg herum und hat eine Fraktion von Handelsmagnaten. Und, ähm, ich würde vermuten, das ist jetzt, also, das war bisher Fakt. Was ich jetzt vermuten würde, ist, das wird wahrscheinlich eine Fraktion, die so ein bisschen maritim angehaucht wird und technologisch recht fortgeschritten. Ja. Dann haben wir, ähm, einmal Prinz, äh, ja, ich weiß das gerade nicht, ob ich das Räckland, Prinz Albert, glaube ich, hieß der Mann. Okay. Und der wird, der, äh, der ist einer der Vorfahren von Karl Franz. Mhm. Den spielen wir in Altdorf. Diese Fraktion wird sehr typisch imperial. Also, für die Leute, die, ähm, in das Imperium in Wormer Fantasy schon mochten, die werden wahrscheinlich dort dann, äh, fündig werden, weil die sind sigma-gläubig, die befinden sich um Altdorf rum. Das wird so die Räckland-Fraktion. Okay. Dann haben wir im Thaler Beckland, das ist eines der Kurfürstentümer, haben wir eine weitere Fraktion von Thal-Anbätern. Thal ist ein, äh, offen anerkannter Gott des Imperiums, der dort in dieser Region halt sehr prävalent, äh, angebetet wird. Und das wird so eine eher naturverbundene Waldläufer-Fraktion. So, stell dir so ein bisschen Aragorn, äh, Aragorn-Faramier-Style vor. Ja, aber das, das, das klingt ja, also, das klingt halt so für mich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch so sehe, wie jetzt so, sorry, wenn ich jetzt unterbreche. Da kein Problem. Aber ich, ich, ich sehe jetzt auch, wie sich zum Beispiel Horace Harris hier entwickelt. Die haben diese gigantische Age-of-Darkness-Box rausgehauen, die hat so jeden Monat mal so ein neues Plastik-Kit und ansonsten dann potthässliche, äh, Space-Wolf-Helmen oder sowas. Äh, kommt halt immer hin und wieder raus. Aber wenn du das jetzt so erklärst, ähm, es klingt so für mich einerseits so schön oldschool vom Konzept, aber auch irgendwie dann, man kann ja nicht, man ist ja immer so gierig, äh, wie so ein bisschen ernüchternd, weil ich mir so denke, wenn ich weiß, wie groß doch eigentlich dieses Fantasy ist und dann jetzt, und ich weiß, wie viel dann quasi im Äquivalente so rauskommen wird. Klar, es werden neue Sachen rauskommen, aber bis dieses so, es klingt halt echt so wie so eine kleine Vertröstung, so gerade, wenn man einen Quick-Head-Taker nicht aufs Schlagfeld stellen kann. Ähm, ich, ich, ich kann natürlich über die, über die schlussendliche Größe und alles nicht sagen. Ja. Wir wissen bisher nur, was Games Workshop uns über ihre PR-Kanäle halt gesagt hat. Ja. Ähm, ich muss positiverweise anmerken, ich bin normalerweise sehr kritisch, was Games Workshop angeht, aber all das, was sie bisher zu The Old World gesagt haben, ist genau das, was die Fans hören wollen. Das heißt, entweder machen sie alles richtig oder sie haben irgendjemanden angestellt, der ganz genau weiß, was man uns erzählen muss. Eins von beiden. Ähm, aber das, das Projekt wurde erstmals vor vier Jahren angekündigt. Das haben wir 2019 das erste Mal gehört, dass sie da angefangen haben zu arbeiten. Echt? So alt ist das schon? Ja, der erste Warhammer Community Post ist, meine ich, von Ende 2019. Und... Oha, ja, dann kam, dann kam, dann haben sie es geplant, dann kam die Seuche und das hat alles auf den Kopf geworfen und... Ja, ja, das kommt auch noch mit dazu, genau. Aber, ähm, die, der, ähm, das Scope, also die, die Perspektive, die Größe des Projektes, das haben sie auch in den Community Posts schon mehrmals hervorgehoben und das glaube ich denen auch, ist wirklich massiv. Okay. Und da muss man jetzt auch noch mal ganz eindeutig sagen, dass Total War Warhammer da einen sehr, sehr großen Beitrag zugeleistet hat, dieses Projekt überhaupt zu beginnen, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass Total War Warhammer Games Workshop den ganz, ganz großen Wink mit dem Zaunfall gegeben hat, guckt mal, Leute lieben Warhammer Fantasy, vielleicht wollt ihr ein bisschen Geld damit machen. Ja, so, so, unter dem Motto, Leute, habt diesmal gerafft, ihr habt diesen Markt gerade weggeworfen, aber guckt doch mal, wie man, wenn man das richtig geil macht, wie sehr das die Leute lieben. Ja, guck mal, wie viel Geld andere Leute jetzt mit deinem Kram machen. Äh, ja, ja, weil, guck mal hier, ich, ich hab von Fantasy, ich hab kein Buch davon gelesen, ich hab kein, ich hab kaum Ahnung davon, aber trotzdem hab ich die Spiele gespielt, ähm, und die, die Welt allein, wie sie auch diese Spiele an sich rüberbringt, was ja jetzt beileibe nicht allzu viel ist, aber das, kannst du mir nicht erzählen, dass diese Welt nicht irgendwo spannend ist? Ich verdanke Total War Warhammer meinen kompletten Kanal. Ach stimmt, du hast ja damals Let's Plays damit gemacht oder sowas. Nee, also, ich hab damals Trailer und Law-Analysen gemacht und bin dann auf die, auf die Law-Folgen gekommen. Äh, Total War Warhammer hat meinen kompletten Channel und meine, meine, meine Arbeit jetzt quasi gespawnt. Ja, war das noch zum ersten Teil damals? Ähm, das war Ende des ersten Teils, Anfang des zweiten Teils. Okay, ja, aber ich hab, ja. Das Interesse, das Total War Warhammer geweckt hat, war so groß, dass es quasi wirklich mir ein Publikum gegeben hat quasi. Und das war gewaltig und das ist auch immer noch groß. Und Games Workshop hat lange gebraucht, um das zu erkennen jetzt, aber, ähm, man merkt auch, dass Total War Warhammer eine extrem große Inspiration oder zumindest eine extrem große Motivation war. Ja, denn sie übernehmen viele Sachen aus Total War Warhammer für The Old World. Weil es gibt eine Menge Fraktionen, wie beispielsweise Grand Cathy oder auch, ähm, Verzeihung, oder auch Kislev, die in den alten Warhammer Fantasy, ähm, Regelwerken so gut wie gar nicht ausgearbeitet waren. Genau. Die hat Creative Assembly überhaupt erst wirklich mit Leben gefüllt und Games Workshop kommt jetzt und sagt, oh, das habt ihr aber schön gemacht, das nehmen wir. Ja, aber, ähm, finde ich aber auch ganz okay so, weil ich finde so, wie, wie es jetzt, äh, hier, ähm, äh, Creative, wie heißen die? Creative Assembly. Creative Assembly gemacht haben, äh, gefällt mir auch wirklich sehr gut. Gut, Kassay hat mich jetzt nicht so sehr vom Hocker gehauen, aber Kislev an sich, von der Ästhetik oder auch wie das Ganze funktioniert, das ist wieder so typisch, ja, Warhammer, das russische Zahnreich, ich, ich sehe, was es sein soll. Ähm, nur halt, wir reiten auf Eisbären. Mega. Und, äh, Gott, ist diese, ist diese, ist diese Königin, boah. Zarina Katharina. Ja, ja, und der Name, der ist aber, oh, die klingt aber wie so richtig. Das klingt wie ein Lied, oder? Das klingt wie der Anfang, als müsste man das singen. Zarina Katharina! Ivanochka! Und, ähm, apropos, in The Old World wird man auch einen ihrer Vorbereitungen. Oh, eine Frage, eine Frage, da muss ich fragen, gibt es in Warhammer das Equivalenso und dem Haus von Hexe Baba Yaga? Das wäre cool, ich weiß, ich glaube nicht, aber das wäre wirklich cool. Wenn die Kislev-Law, ey, GW, wenn ihr jetzt die ganze Kislev-Law nimmt, dann habt ihr es hier gehört, hört auf Beuterblante, ihr müsst ein Baba Yaga-Fantasy-Warhammer. Wir brauchen ein Haus mit Hühnchenbeinen, aber sofort. Richtig, rede ich längst, rede ich rechts, oder wie ging das? Ach, ich weiß nicht mehr. So, jetzt, ja, was wolltest du sagen? Ähm, ja, genau, ähm, äh, Katharina ist ja in The Old World dann leider auch noch nicht geboren, aber wir spielen einen ihrer Vorfahren, Alexis Romanov, und, ähm, das Spannende daran ist halt, The Old World wird auch eine Menge Gelegenheiten haben, äh, sehr, sehr signifikante Geschichtspunkte und Storypunkte weiter auszuführen. Weil wir zu einer Zeit spielen, in der nicht nur das Imperium in einer sehr, sehr interessanten, ähm, Zeit des Auf-, ja, des Tumults gefangen ist, sondern es ist auch der Vorabend eines der größten und schlimmsten Events, die das Universum ihr heimgesucht hat. Denn der zweite große Sturm des Chaos steht bevor. Klingt wie Horace Heresy. Ja. Der Vorabend der Apokalypse. Es ist im Grunde genommen so. Es gab in, in One-Man-Fantasy, in der gesamten Geschichte gab es drei Stürme des Chaos. Ähm, die ersten beiden haben die Welt an den Rand der Verbenichtung gebracht und der letzte hat's dann schlussendlich geschafft. Ja. Und, ähm, geführt wird der zweite große Sturm des Chaos von dem ewig auserwählten Azawakul. Und, äh, nicht C-O-O-L, sondern K-U-L. Und... Das ist aber cool, ey. Er sammelt seine... Das klingt auch so wie so... Das ist aber cool. Ja, ja. Als wärst du besoffen und willst sagen, dass irgendwas geil ist. Das ist aber cool, ey. Das ist aber cool. Das ist aber schön Hörnerhelm da. Ja, das ist aber cool. Und schon beschwörst du Dämon, wenn du so duschelst. Zack, bumm. Ja. Genau, der sammelt gerade seine Kräfte im Norden und, ähm, es wird sich ein, wir wissen, dadurch, dass die Geschichte quasi schon geschrieben ist, wissen wir, dass sich ein großer und wichtiger Held des Imperiums erheben wird. Einer der größten und wichtigsten, Magnus der Fromme, ist einer der ganz, ganz großen Sterne am imperialen Himmel, aber er hat's halt noch nicht. Und das ist das Schöne, dieses, dieses ganze Szenario ist halt im Kern so eine tickende Zeitbombe, ein brodelnder Hexenkessel, um mal die Baba-Jaga-Sache wieder aufzunehmen. Jawohl. Und, ähm, das macht es auch sehr, sehr spannend. Wir wissen halt, dass diese Zeitperiode auch eine Menge Potenzial bietet, um sehr, sehr coole Schlachten nachzuspielen, um sich auch weiter auszubauen, um coole Geschichten zu erzählen aus einer Zeit, von der wir nicht so viel wissen, das aber sehr viel Potenzial hat. Zum Beispiel, während, also der, der, der zweite große Chaossturm wird irgendwann enden, vor den Toren von Kislev. Die große, der große Angriff auf Prag wird passieren. Prag wird in ein, in ein, in ein über Jahrzehnte dauerndes Schlachtfeld verwandelt. Prag wird, wird ein, ein, ein riesiger, ein, eine riesige Stadt, in denen das Chaos und die Kisleviten sich in den, in den Straßen abschlachten. Und der ewig Auserwählte wird Magnus den Frommen zusammen mit Alexis Romanov, dem Anführer von Kislev, vor den Toren von Kislev begegnen und eine gewaltige, alles entscheidende Endschlacht austragen, in der Kislev und das Imperium sich gegen die nahe Dunkelheit stellen. Aber das ist heftig, wie sehr die jetzt Kislev, ähm, nochmal so aufgepumpt haben, ne? Liegt das jetzt alles an, Total War War, dass Kislev jetzt so populär ist, dass die das jetzt als so, einen so zentralen Punkt dieses Universums machen? Weil das klingt jetzt so für mich, als würde in 40k die finale Endschlacht auf einem Tauplaneten stattfinden. Das ist irgendwie, das ist not compute. Ich verstehe komplett, warum das so rüberkommt. Aber ich gönne es diesem, diesem Russland gönne ich. Komplett, ähm, aber der Punkt ist, das ist auch das Schöne, es kommt so rüber für Halbeingeweihte, sag ich mal, weil Kislev tatsächlich bisher immer sehr stiefmütterlich behandelt wurde in Warhammer Fantasy Battles. Aber das war immer ein großes Ding, oder was? Es war schon immer außerordentlich wichtig und das ist ja das Schöne und deswegen feiere ich das auch so. Und ja, auf jeden Fall wird Kislev jetzt einen ganz, ganz großen Popularitätsboost bekommen haben durch Total War Warhammer. Aber Kislev war in der Lore und der Geschichte schon immer außerordentlich wichtig und ein Dreh- und Angelpunkt der Welt. Und im Kern, und im Kern bekommen sie jetzt eigentlich das, was ihnen schon immer zustand. Weil Kislev ist ein, ein Menschenreich direkt an der einzigen Landzunge zum, zu den, zu den, zu den Chaos-Wüsten. Hm, ja, ja. Jede, jeder, jede Chaos-Armee, die per Land in die alte Welt einfällt, muss an Kislev vorbei. Kislev ist quasi das Cadia von Warhammer Fantasy. Ja. Es wurde, es wurde aber nie so behandelt, aber es hätte schon immer das verdient gehabt. Kommen explizit alle Chaos-Fraktionen aus dem Norden in Fantasy? Äh, ja. Warum? Weil es dort kalt ist oder ... Nein, ähm, äh, also ... Ist da viel Wurmstein oder ... Ich muss grad mal durchdenken, die Chaos-Zwerge kommen nicht aus dem Norden, aber die Chaos-Krieger und alles. Und der Punkt daran ist, es gibt in der alten Welt, gibt es am Nord- und am Südpol, gibt es zwei große Chaos-Portale, von denen Chaos-Energien in die Welt fließt. Also wie unsere, ja, Pole, nur halt Chaos, ist halt Warhammer. Genau. Und, ähm, dadurch, dass durch die Chaos-Portale halt die, die Pole zu einem Machtzentrum des Chaos und zu einem Ort geworden sind, wo die Realität nicht ganz so stabil ist, haben die Chaos-Kräfte da den größten Einfluss. Und deswegen ist das quasi so eine Art natürliche Heimatbasis für sie. Ja. Weil sie sich da halt ... Okay, verstehe. Ja, ja, okay. Weil ihre Mächte da am präsentesten sind. Okay, gut, ja. Und genau deswegen beten quasi auch die North-Kaner, also die Warhammer-Wikinger, beten auch die Chaos-Götter sehr offen an. Die sind direkt an der Grenze zur Chaos-Wüste, die erleben die Macht der Chaos-Götter quasi jeden Tag. Und haben sich dann gedacht, quasi, ja, ähm, wir wissen, dass die existieren, wir wissen, dass das Götter sind, also beten wir die besseren Mal an, sonst machen die uns kaputt. Ja, machen wir mal nicht. Das ist einfach eine sehr pragmatische Einstellung, weil die wissen, dass es die Chaos-Götter gibt, ihr Einfluss auf ihr Leben ist sehr stark, das heißt, die beten die einfach sehr offen an. Glauben sie auch an Skaven? Ähm, die einzige Fraktion, die die Existenz der Skaven leugnet, sind die Imperialen. Das ist ja auch wieder so scheiße Bescheuertes. Aber gut, ich find's gut, weil ich meine, klar, klar, ich meine, okay, da gibt's Orks, da gibt's Dämonen, hast du Angst. Aber wenn du dann auch noch der Bevölkerung denkst, dass auch unter der eigenen Oberfläche diese Rattenviecher sind, das ist noch eine andere Sache. Oh, ich hab das, ich hab das in meinem, in meinem, in meinem Clan-Echern-Video hab ich das mal ausformuliert, weil das ist eine Frage, die ich sehr häufig bekomme. Ja. Wenn, 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 wenn die imperialen Bürger in den Großstädten die Wahrheit über die Skaven wüssten, gäbe das Massenpaniken. Paniken, keiner würde mehr auch nur auf den Straßen rumlaufen. Niemand würde sich irgendwann jemals wieder sicher fühlen. Ich bin tatsächlich, ich bin, ich bin, ich bin der feste Überzeugung, dass das Imperium, was die Skaven angeht, das einzig Richtige gemacht hat. Fresse halten und ignorieren. Ja, weil, weil, weil... Die Decke zuschweißen und das war's. Ja, basically, weil, wie, wie willst du, wie willst du einem, einem Populus quasi deutlich machen, ja, ähm, ihr seid eigentlich nur 50 Meter Tiefenlinie von Tausenden von widerwärtigen Rattenkreaturen entfernt, die jederzeit in Organisationen eindringen können und euch alle in Stücke reißen könnten. Braucht man nicht, braucht man jetzt nicht für, 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 für das gute Wohlbefinden. Nee, überhaupt nicht. Aber ist ja wieder typisch Warhammer so, alles ist furchtbar. Alles, es gibt ja nichts Gutes. Aber das ist, das ist, ähm, in Fantasy auch ein bisschen anders. Es ist immer noch eine sehr, sehr, ein sehr, sehr düsteres Universum, keine Frage. Aber es ist trotzdem auch immer noch im Imperium und in Bretonnia ist vieles einfach noch einfach mittelalterlicher Alltag. Also, wenn du jetzt... Ja, aber das, 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 äh, das ist wieder so dieses, die Sache. Und ich glaube auch so eine Sache, die Fantasy, auf jeden Fall Sci-Fi, irgendwo voraus hat, ist halt, weil Fantasy halt quasi als ein Planet ist, eine Welt. Und wir halt Menschen irgendwo ein bisschen mehr verstehen können, was es heißt, jetzt Territorium zu erobern und sowas. Ähm, da, da, wer weiß denn überhaupt, wie lange Frieden in dieser kriegsverwütenden Welt ist. Ich meine, klar, da gibt's sicherlich auch Zivilleben, aber ich glaube, Warhammer ist so eine Welt, da gibt's keine Stadt, die, äh, irgendwie eine Generation ohne einen massiven Kriegs- oder Katastropheneinsatz, äh, ausgekommen ist. Ähm, ne, und bei 40k ist dann halt wieder, weil, weil es so groß ist und da wird einfach beschrieben, okay, es gibt nochmal Britzel, Bratzel, Krilladen-Menschen und Britzel, Dratzel, ein wenig weniger davon, ähm, denen geht's allen total scheiße. Das ist, das sind nochmal so Dimensionen, die einfach darauf abziehen, dass du's nicht mehr kapieren kannst. Ähm, aber so, ich denke ja, beide Facetten haben da sicherlich auch irgendwo ein bisschen ziviles Leben, aber unterm Strich soll ja die Message sein, life sucks. Und das, das Ding ist, bei, bei 40k ist es aber auch, durch die erhöhte technologischen Möglichkeiten hat das, ähm, hat die Welt einfach auch viel mehr Werkzeuge, um das Leben der Menschen scheiße zu machen. Ja, ja, das stimmt. Ich dachte gerade so, um die, um die, um die Werkzeuge, um den Menschen zu helfen, aber, ja, ja. Nee, also, genau das, genau das Gegenteil. Ja, und die Menschen werden selbst zu Werkzeugen gemacht, wenn sie nichts mehr taugen. Ja, absolut, genau. Und in, in Fantasy ist es halt immer noch so, weswegen es auch ein bisschen angenehmer noch ist für, für ein Rollenspiel oder so beispielsweise. Ja. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du in einem Dorf im Imperium wohnst, ist es zu 70 bis 80 Prozent einfach ein mittelalterlicher Alltag. Es gibt mehr Gefahren in Fantasy als in unserem eigenen Mittelalter, weil in den, in den, in den Wäldern, das, was bei uns in der echten Welt halt nur, ähm, nur Aberglaube war, ist da Realität. Da gibt es wirklich irgendwelche Tiermutanten, die da rumlaufen. Die wollen dich wirklich fressen. Ja. Aber abgesehen davon hast du eigentlich ein ziemlich normales, mittelalterliches Leben. Und wenn du halt jemand bist wie ich, der halt von so einer, von so einem Historik-Background kommt, dann ist das einfach auch so die, die, die perfekte Verschmelzung von zwei deiner großen Hobbys. Ist denn das Imperium, äh, deine liebste Fraktion bei Fantasy? Kommt drauf an, an welchem Tag du mich fragst. Und an welchen anderen Tagen sagst du dann was? Ich habe, ähm, ich habe mittlerweile aufgegeben, meine Fraktion in Warmer Fantasy in Liebste oder in irgendein Ranking reinzubringen, weil da finde ich jetzt auch ... Da finde ich ja auch heutzutage, wo Top-Ten-Listen auf YouTube total out sind, ich finde ja dieses Tierlisten-System viel angenehmer. Ja, ja, deutlich. Das mag ich echt, weil so, das ist nicht so absolut erster, zweiter, dritter, sondern wir können auch die auch ganz variabel aufstellen. Ich finde das klasse. Komplett. Ja, sehe ich ganz genauso. Und, ähm, es ist was, was ich sehr, sehr, sehr an meiner YouTube-Präsenz auch zu schätzen weiß. Ich habe durch das Lore-Videos machen über die verschiedenen Fraktionen von Warmer Fantasy, habe ich mittlerweile fast jede davon wirklich nicht nur lieben, aber viele auch respektieren gelernt. Und ich kann mich eigentlich an fast jeder erfreuen. Und dementsprechend würde ich sagen, ich habe, ich habe so diese, diese absoluten Top-Fraktionen. Das wären bei mir so, so Sachen wie das Imperium, die Skaven, Hochelfen, Zwerge, Dunkelelfen, Waldelfen. Also eigentlich alle üblichen Verdächtigen, wie das klingt. Ja, dann habe ich da drunter, das sind die Fraktionen, die ich mag und toll finde. Das wären jetzt beispielsweise die Gruftkönige, das wären Chaoskrieger, das wären Ogre, das wäre Kathy, das wäre Kislev, so die Sachen. Die Dinos? Nee, 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 nee. Das wäre dann, das wäre dann so noch ein Punkt drunter. Das wäre, das wäre so, ist nicht ganz meins, aber ich verstehe, warum Leute es mögen. Oh. Stimmt, das war ja schon damals das Thema. Du bist ja auch so der Typ, der Tyraniden nicht feiert, weil es nur Monster sind. Ich mag die, ich bin kein großer Echsenmenschen-Fan. Es ist leider einfach so, ich bin kein großer Fan von den Tiermenschen, die sind in derselben Sparte bei mir. Ich finde die Tiermenschen geil. Also ganz ehrlich, also ich habe hier mir einmal damals so ein Fantasy-Set geholt, das war so ein Start-Collecting mit den Tiermenschen und einfach diese, diese, also weil ich finde einfach dieses Bild von einem, von purem Animalismus, aber dazu noch chaosgewürzten Wesen, die wirklich dreckig im Wald hausen und einfach Menschenfleisch fressen und im Gewalt, weil ich bin hier, ich bin hier vom Wald umringt und ich liebe Waldspaziergänge und sowas. Und einfach zu wissen, dass in diesen dreckigen, auch bei was fürem Wetter diese Viecher da drin hocken und auf die großen Zivilisationen, die Menschen in ihren Steinhäusern spucken und Gott, ich liebe diese Tiermenschen, sie sind abscheulich, geil. Kann ich vollkommen verstehen, also auch wenn es quasi bei mir nur das dritte Tier ist, ist es immer noch so dieses, ey, ich verstehe vollkommen, warum Leute lieben. Orks sind bei mir auch Top-Tier, definitiv, ich liebe Orks immer noch. Aber da muss ich sagen, ich finde die Orks, also ich finde das Konzept mit Gorg und Morg, mit Brutal and Cunning, finde ich mit den Gnobblers und den Orks besser umgesetzt in Fantasy, weil das ja deutlich mehr zwei verschiedene Fraktionen sind, weil die Gnobblers unabhängiger sind ein Tick. Aber mir ganz deutlich, wenn ich das so sehe, so viel Comedy-Faktor wie die Forty-K-Orks haben sie jetzt nicht, ne? Ne, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich liebe Fantasy und da kann ich eventuell so eine kleine Distinction machen, so einen Unterschied. Die Orks sind viel besser in Forty-K, aber Fantasy hat Goblins. Und Goblins sind fucking geil. Ich musste gerade an Skarsnick und all diese Chaoten denken. Das ist der große Punkt, den Fantasy hat. Ich mag die Orks, die großen grünen Ficker in Forty-K lieber. Da finde ich die geiler, da blühen die richtig auf. Haha, Pummswitz. Wow, wow. Aber die Goblins in Fantasy sind halt so geil. Ich liebe die Goblins. Nachtgoblins, die Fanatics, die Spinnenreiter. Goblins sind lecker. Ja, ich mein, Skarsnick, der so einen Squig als Haustier hat, so eine Geschichte liebt man einfach. Wenn irgendein Irrer, Verrückter ist, der einen Haustier hat, das alles macht, was er will. Skarsnick ist auch eines der besten Fantasy-Bücher, das lohnt sich richtig. Ja, wie gesagt, ich hab kein Fantasy-Buch jemals gelesen bisher. Skarsnick ist ein toller Anfang. Okay, ist es? Weil, also auch für einen Anfänger so... Komplett. Kapiert man, okay. Komplett, weil Skarsnick, der Roman, dreht sich ganz, ganz viel um die innere Politik und die inneren, ja, auch Traditionen und so von diesem Goblin-Stamm. Und der ist... Wie heißt sein Stamm nochmal? Irgendwas mit Mond, ne? Äh, Halbmond. Ja. Halbmond-Stamm? Halbmond-Stamm, glaub ich. Okay. Muss ich nochmal nachgucken. Ich, 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 meine Biologie-Lehrerin hat damals mal gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ah. Weil, also, und ich hab, ich hätte eine Antwort auf meinem Spickzelle, Alter. Und, ähm, das Schöne an dem Buch ist halt, dass so die ganzen Feinheiten, die du wissen musst, werden in dem Buch erklärt, weil die halt auch nicht warmer Fantasy-Allgemeinwissen sind. Okay. Weil das durch das Buch erst quasi alles beleuchtet wurde. Und dadurch, dass es halt einen, einen sehr überschaubaren, einen sehr überschaubaren, ähm, Reichweite der Geschichte hat, spielt sich quasi alles in diesem kleinen Gebiet ab. Ja. Brauchst du nicht viel Wissen über die weitere Weltpolitik von Fantasy, um zu verstehen, was da abgeht. Ja. Und bei Büchern, da hast du ja vorhin schon erwähnt, da gibt's ja auch, was ich ganz oft höre, irgendwie, ähm, die, ähm, Gottrik und, Gottrik und Felix Buchreihe. Genau, Gottrik und Felix, ja. Genau, das ist so wie, weiß ich nicht, also, weil, ich hör immer, es hat sehr viel Humor, also, ich muss dann vielleicht so ein bisschen denken, das Kai of His Kane mit, äh, das, äh, das Fantasy eventuell. Und da geht's dann, glaub ich, um einen Slayer-Zwerg, also, also, ein Zwerg, der so Todesschwur gemacht hat, und um einen Menschen oder einen Elfen? Nee, äh, Felix Jäger ist ein Mensch. Felix Jäger, ja, ist ein Mensch, okay. Und ein, ähm, ich würde ihn in Dungeons & Dragons Terms quasi als einen Dashing Rogue bezeichnen. Also, so schnell, agil und sowas? Nein, nein, mit Dashing mein ich eher so Han Solo, so charismatisch, so, 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 so ein bisschen auch so ein, ähm. Ja, Womanizer, ne? Das war das doch auch irgendwie so, ne? So, so, so in die Richtung, er ist ein charismatischer Laberkopf. Okay. Und halt so ein, so ein, so ein, ja, sehr sympathischer Kerl auch einfach. Und der Gottrik ist der schlechteste Slayer der Welt, weil alles, was ein Slayer will, ist im Kampf sterben und alles, was er angreift, stirbt halt, bevor er stirbt. Das ist der Wahnsinn. Und die Bücher haben mittlerweile, ich glaub, 15 oder 16 Bände. Ui. Und, ähm, ziehen sich sogar in die AOS, äh, Reihe mit rein. Also, Gottrik, Gottrik ist so ein schlechter Slayer, dass er sogar das Ende der Welt überlebt hat. Und Felix? Ähm, das weiß ich, soweit bin ich nicht, weil das sind die Edge of Sigmar Bücher. Ich hab jetzt tatsächlich gerade mir nochmal die Mühe gemacht. Es gibt Sammelbände von Gottrik und Felix auf Englisch. Die besitze ich und hab auch gelesen. Aber ich wollte unglaublich gerne nochmal die deutsche Version besitzen. Ja. Ähm, weil gerade wenn ich jetzt für Lorefolgen und so arbeite, ist es viel angenehmer, wenn ich vom deutschen Buch auf mein deutsches Skript gehe, als wenn ich die ganze Zeit im Kopf dann quasi simultan übersetzen muss. Das ist einfach mental anstrengender. Glaub ich, dass es anstrengend ist, ja. Und es ist saumäßig schwer, die deutschen Bücher noch zu bekommen, aber, ähm, da fang ich jetzt gerade wieder mit an, weil ich die unglaublich gerne jetzt auch mal auf YouTube nochmal bringen möchte. Ja. Weil das ist quasi, Gottrik und Felix ist das Aushängeschild von Fantasy. Das ist so eine schöne, schöne Romanreihe. Ja, das ist aber diese beiden, dieses Duo erlebt Abenteuer und begegnet dann quasi allem, was so ein Warhammer kreucht und fleucht und, ähm, machen halt so wie so ein, ja, Fantasy-Abenteuer-Geschichten. Ja, richtig. Bei Spencer Terence Hill sowas. Es ist, es ist, es ist fast sogar schon einfach eine komplette Werbereihe für das Universum, weil die wirklich überall auftauchen, jedem begegnen und bei allem mitwirken. Und du bekommst so eine schöne Übersicht über die ganze Welt in den Groteck und Felix Reihen, weil die wirklich die ganze Welt bereisen. Die treffen Skaven, die treffen Trolle, die treffen Vampire, die treffen Dämonen, die begegnen allem. Aber das klingt ja auch schön an Fantasy, da muss ich gerade wieder so einen Unterschied denken. Das Schöne ist, Fantasy ist halt nicht an jeder Ecke so maßlos overpowered. Nee, das stimmt. Du kannst sehr, sehr kleine Abenteuer auch erleben. Weil ich kann mir halt so vorstellen, weil wenn ich jetzt überdenke, so zwei irgendwelche Dudes in 40K sind allem schon begegnet. Unmöglich. Also, wie? Na gut, KFSC ist auch schon allem begegnet, aber es ist KFSC. Das ist Baron Mönchhausen von 40K, dem lasse ich durchgehen. Und der hat Jürgen dabei gehabt. Ach so, ist Syphus Kane auch kein normaler Mensch, der Typ ist ein Kommissar. Ach, aber dafür ist er ein sehr menschlicher Kommissar. Ja, ja, aber damit ist er quasi schon mal trotzdem an der ... Stimmt, 200 Jahre alt ist er ja auch. Ja, und vor allem als ausgebildeter Kommissar ist er quasi sowieso schon so ein Elite-Mensch im Imperium. Der ist ja auch nicht ganz normal. Ach so, weil die auch alle so Modifikationen und sind besser als alles andere. Oh, ich meine jetzt allein nur die Ausbildung. Als Kommissar, du wirst in Astrola Progenium aufgezogen, du wirst von klein auf in übelster körperlicher Ertüchtigung, Kampftraining und alles. Du bist wirklich an der Grenze des Menschenleistungsmöglichen. Weil bei dem Go-Track glaube ich's dann, dass ja auch Chaos Lords eventuell mal ne Bugpfeife gibt. Aber der Felix ist halt, so wie ich das mitbekommen hab, der startet irgendwie wie ne RPG bei Null und wird über die Bücher immer besser. Ja, ja, ja. Okay. Felix, das ist auch einer der Gründe, warum er so ein bisschen rogig ist. Der hat halt einfach so ein bisschen dieses Spielerglück. Ja. Also, er springt gerade mal so im rechten Moment in die Deckung, versteckt sich natürlich auch unglaublich gerne hinter Go-Track, weil, ne, würdest du auch tun, wenn du den Zwerg bei dir hast. Ja. Hast du dann irgendwie vielleicht so eine kleine Anekdote von den beiden, die du vielleicht mal vortragen könntest, wo es jetzt vielleicht nichts Großes spoilert oder so, oder vielleicht so ein kleiner lustiger Plottelement zwischen den beiden? Weil ich hör immer von dem Konzept, ja, aber so, was genau haben die zusammen gemacht? So, gib mir einen Hook. Oh, beispielsweise, ähm, was ich super, super spannend finde, ist, die, ähm, Go-Track und Felix haben gemeinsam ein, ähm, ich versuche jetzt möglichst spoilerfrei zu sagen, haben gemeinsam ein Abenteuer durchlebt, wo sie, ähm, Throck, dem Trollkönig, begegnet sind. Okay. Und dadurch hast du ... Ist das der, den man auch in Total War spielen kann? Absolut. Der, okay. Und, ähm, die beiden sind halt, das Schöne ist, durch die Augen von den beiden erlebst du die Charaktere der Warhammer-Welt auf eine ganz, ganz andere Art. Und das ist auch einer der Punkte, ich hab das jetzt gerade gar nicht geplant, aber wo du das mit Total War sagst, Throck ist ein ganz anderer Charakter, als du ihn aus Total War kennst. Okay. Ähm, ich hatte das letztens mit einem Freund von mir besprochen, denn, äh, Throck wird ja in Total War beschrieben, naja, also so die Zitate, die er hat, so, oh, humans are for eating. Ja, und Troll halt, großer Troll. Ja. So, hm? 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 Darf ich dir mal ein Zitat aus, äh, aus Godric und Felix vorlesen, was, was Throck da sagt? Los, Horus. Ich hab's jetzt mal auf Englisch, weil ich's da eher kenne. Naja. It is the hubris of men to see their own destiny in all things. Von Karstein, the ever chosen, all dead men, exalted men, in their skin they are still men. This, this will be the age of beasts. Also, der hat quasi das, der verspottet halt quasi die Menschen für ihre Ambitionen und embraced einfach das Monster sein. Ja, genau. Und, und das Coole an, 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 an Throck ist, er ist nicht nur schlau, sondern er ist auch viel, viel schlauer, als Beispiel Total War ihm, ihm, ihm Credit vergibt. Der benutzt Wörter wie exalted men, destiny und so ein Kram. Ja, ja. Weil ich weiß, eins deiner ersten Lore-Videos war irgendwie, dass du irgendwie gesagt hast, Trolle sind so blöd, die sind einfach blöd. Die sind zu blöd zum Reden. Die sind oft zu blöd dazu, ihr Essen zu finden. Ja. Und Throck, das Schöne, warum ich dieses Zitat immer so gerne benutze, ist, durch, durch, durch die Interaktion mit Grotik und Felix siehst du, wie schlau Throck wirklich ist. Weil, der hat da eine Referenz gezogen zu Von Karstein. Ja, ja. Throck hat Von Kar, das muss man aber, da braucht man ein bisschen Hintergrundwissen für, weil Throck hat keinen der Von Karstein-Vampire jemals getroffen oder gesehen. Das heißt, Throck ist ein Troll, der sich über vergangene Geschichte informiert. Das ist übel, oder? Der ist ernsthaft belesen und bewandert in der Geschichte der Welt. Und der ist von einer Rasse, die normalerweise zu blöd ist, ihren Arm von ihrer Keule zu unterscheiden. Aber das ist doch super spannend, wenn du da jemanden hast, der quasi es eigentlich liebt, eine Bestie zu sein, ein dreckiges Tier, aber sich eigentlich nur mit Geschichte und dem ganzen Scheiß befasst, um quasi sich zu beömmeln, so ein bisschen. Und auch um strategische Vorteile und sowas. Ja, und für ihn ist es aber auch, Throck hat eine richtige Ideologie zusammengebaut. Der hat hinter seinen Bemühungen eine Ideologie. Der ist der festen Überzeugung, dass das, was er ist, die Zukunft ist. Er glaubt, dass das, was er ist, ist quasi der Prototyp für zukünftige Trolle. Er ist der Geist, der intelligente Geist der Menschheit. Also so wie diese neuen Planeten-Affen-Filme. Ja, genau, gepaart mit der Wildheit und der Macht der Bestien. Und das, was er versucht, ist quasi, die anderen Trolle um ihn herumzusammeln. Troll zusammen stark. Ja, genau, richtig. Und diese neue Ära der Bestien, der schlauen Bestien einzuleiten. Und das sind ... Wie verträgt er sich mit Tiermenschen? Äh, ganz okay. Also dadurch, dass alles Chaos-Anhänger sind, kloppen sie sich. Sie kloppen sich meistens, weil Chaos-Anhänger sich immer kloppen. Aber bei einem gemeinsamen Ziel könnte man nebeneinander arbeiten. Gut, klingt gut. Aber um das nochmal auf Grotek und Felix zurückzubringen. Und das ist halt genau das, was diese Romanreihe so toll macht. Du siehst diese ganzen übergroßen Charaktere aus der Bodenperspektive. Ja. Und es gibt dir ein ganz, ganz neues Verständnis und auch eine ganz neue Bewunderung für diese Charaktere. Na, das hab ich ja auch sowieso im letzten Podcast schon erklärt. Es ist eine Sache, sich über Stunden Lore-Videos anzugucken, Dinge durchzulesen oder sich Beschreibungen zu geben, wie die Welt ist, aber dann wirklich mal das erste Mal so ein Buch zu lesen oder ein Hörbuch zu hören und diese Welt wirklich aus der Sicht dieser Figuren zu erleben. Das ist immer nochmal was ganz anderes. Das ist so der Zauber. Es ist total einfach, Karl Franz auf seine Statistiken im Spiel zu reduzieren. Aber beispielsweise ein Rollenspiel zu spielen, auf einem Tabletop-Rollenspiel zu spielen oder ein Buch zu lesen, wo du aus dem Blick eines einfachen Soldaten seinen Imperator siehst. Ja. Wie du da einen Soldaten hast, der irgendwo aus einem kleinen Kackdorf am Ende der Welt kommt und plötzlich sieht er eine Militärparade, wo Karl Franz, dieser übermächtige Mensch, auf einem Greifen reitend mit einem Artefakthammer vor ihm langzieht. Ja. Er sieht da quasi eine lebende Legende. Das ist fast schon ein religiöses Erlebnis für ihn. Und dann siehst du diese Miniaturen auf dem Tisch. Hm. Auch ganz anders. Du hast einen ganz anderen Bezug dazu. Ja, ja, das stimmt wirklich. Das erweitert auch das Tabletop-Erlebnis ungemein. Das ist das, was du meintest mit ... Wenn du eine Miniatur zusammenbaust, dann hast du in deinem Kopf eine Begründung für jede Mutation. Du hast eine Begründung für das Farbschema. Ja. Und das können Büchereien wie Gotik und Felix halt für bestehende Charaktere leisten. Super. Und wenn es jetzt noch mal um Bücher geht, dann muss ich dir auch noch mal danken. Weil im letzten Podcast, da habe ich dich ja zum Schluss nach Buchempfehlungen gefragt. Mhm. Und hast du gesagt, wenn du, wenn ihr einen Laden seht oder es ist ein Buch, wo Dan Abnett draufsteht, kauft es. Genau das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Da Siege of Terror, Kriegslist. Und du hattest absolut recht. Das war ... Dan Abnett ist großartig. Ja, mega. Wir hatten heute im Stream vor literally einer Stunde von der Aufnahme aus, wo wurde ich noch einmal gefragt. Und mein Chat und ich haben gesagt, ja, also wenn es um die besten Warhammer-Autoren geht, dann hast du so die ersten drei Plätze, der in Abnett und nachher ist alles Meinungssache. Auf Armdams gebauten würde ich auch noch was geben. Also der ... Auf jeden Fall. Es gibt eine Menge tolle Warhammer-Autoren. Aber der Mann steht über allem. Ja. Aber mein erstes Warhammer-Buch war tatsächlich ... Das war Eisensturm von Graham McNeil zu den Iron Warriors. Das ist halt auch so von Perspektive Chaos Space Marines und dann auch normale Soldaten, all sowas. Und das war ... Ich ... Weiß ich nicht. Das ist immer noch was Schönes, dann wirklich so was auch ... So eine Geschichte dann wirklich ... Auch dieser ganze Schwachsinn. Dieser ganz Schwachsinn, der da manchmal drin ist. Aber so Schreckstoß, wenn irgendwie Bolter ... Oder wie war das beschrieben? Also Eisensturm, ich muss mal kurz drüber reden, weil ich habe das, glaube ich, noch nie in einem Video erzählt gehabt. Ey, hau raus, du bist jederzeit in der Welt. Eisensturm hatte zwei komische Sachen. Einmal, da, glaube ich, es war einfach ein Übersetzungsfehler, weil irgendwie einer einen Schreckschuss gemacht hat und dann stand da irgendwie so tausende Schüsse gegen los. Ich denke mir, was? Und dann die eine Sache war irgendwie Krieg, so eine Schlacht voll im Gange und dann steht da auf einem Plateau, überblickt die Schlacht der gute Forex. Und Forex guckt sich alles an, koordiniert und denkt sich, ja, läuft. Und der sieht im Augenwinkel, weil da hinten parallel im Buch auch beschrieben wird, dass da gerade eine Nuklearrakete so in den Himmel geht. Und es wird sogar beschrieben, Forex notiert das so, ah, darum sollte ich mich mal kümmern. Naja, mal gucken, wie die Schlacht weitergeht. Nur um ein paar Seiten weiter so vollkommen überrascht zu werden, dass auf einmal eine Nuklearrakete in die eigene alles wegbrettert. Also, das waren so ein paar Momente. Aber da weiß ich auch immer nicht so, hab ich da irgendwas überlesen oder falsch verstanden, weil, aber das ist ... Das passiert aber auch total schnell. Ich hab mal selber für einen Contest, hab ich mal so eine vierseitige Kurzgeschichte geschrieben. Und das Problem ist wirklich, wenn du in der Story drin bist, merkst du manche Sachen nicht. Ich hab selber mal eine Geschichte geschrieben, wo ein Charakter innerhalb von zwei Absätzen seine Waffe dreimal gezogen hat, ohne sie wegzustecken. Naja, vielleicht. Ich meine, bei der einen Waffe, okay, dann zwei Hände. Problematisch ist dann, wenn er mit der dritten Wand noch eine dritte Waffe zieht. Jeans-Stealer. Ich hab das dann später, nachdem ich's eingereicht habe, leider erst, noch mal geguckt. Ich so, okay, ähm, ich glaub, ich lese mir das vorher noch mal ein paar Mal mehr durch. Und dann lass noch mal jemand anderen drüber gucken. Der hat zu viele Schwerter in der Hand. Aber hat der schon seine Waffe gezogen? Ja, ich weiß es nicht. Also, sollte ich definitiv noch mal genauer ... Hello there, General Kenobi. Ich glaube, ich mochte einfach Deathmaster Snick zu gerne. Den Skaven mit den drei Dolchen. Der Zorro, der Zorro-Skaven. Ja, genau, richtig. Also, alle Leute brauchen ab jetzt einfach drei Waffen, sonst sind's Schloppschwänze. Ja. Oh, aber in Total War Warhammer 3 oder so, der Clan Snitch, all diese Stealth-Einheiten, die sind mir zu kompliziert zu spielen. Clan Eschen. Was hab ich gesagt? Snick. Snick ist der Held, Eschen ist der ... Ja, ja, genau. Ähm, Eschen. Diese ganzen ... Also, ich war da einfach hier, gib mir, ähm ... Wie heißt der, der verrückte Wissenschaftler mit den Warp-Bomben? Das ist Clan Skryer. Squire, genau. Gib mir einfach die Rattling-Guts und so was. Und das ist eine Freude gewesen. Die Rattling-Guts sind aber auch so geil. Wenn die anfangen zu schreddern, das macht einfach nur Spaß. Aber das Problem ist, ich bin bei den ganzen Spielen, muss ich mal ganz ehrlich sein, ich bin richtig kacke in den Spielen. Also, wirklich kacke. Wenn du meinen Chat lobst, ich auch. Ja, mein Gott, aber so, keine Ahnung. Das einzige Mal, wo ich, glaub ich, wirklich eine komplette Kampagne so vorvor ein bisschen durchgerockt hab, war die von Korn. Aber auch nur, weil Korn ja eigentlich immer nur Autoresolve, Krieg, 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 Blut, Blut, Blut war. Das ging ja so fix. Oder die von diesem, äh, dem Stier mit dem Bronzen, der Bronzenstier, Taurox. Der, also, dat hat mega Spaß gemacht, weil Tiermenschen waren geil, die neuen Einheiten waren geil. Und einfach der Bulle, der Taurox, der hat ja alles überrollt. Das war schön. Aber ansonsten, ähm, ansonsten deinstallier ich, installier ich dieses Spiel, diese 100 Gigabyte ständig, weil ich immer denke, heute ist der Tag, wo du wirklich ein Imperium errichtest, nur damit dein Reich irgendwie, keine Ahnung, innerhalb wieder, weil du wieder irgendwas falsch wieder nicht verkalkuliert hast oder sowas. Und diese ganzen Helden gehen mir so auf den Sack. Oh. Meine Go-To-Kampagne, wenn ich mich gut fühlen möchte, ist Tyrion von den Hochhelden. Weil, ähm, du hast am Anfang, hast du einen ganz spannenden Punkt, wo du halt Ulthuan einnimmst, die Heimatinsel. Und sobald dir Ulthuan gehört, hast du das Spiel gewonnen. Weil das ist so eine krasse, ähm ... Geldmaschine? Geldmaschine. Meine beiden Lieblingsfraktionen sind Zwerge und Elfen zu spielen, weil ich mag halt elitäre Einheiten mit hoher Rüstung. Das war schon immer meins. Ich war noch nie ein Masseneinheitsfan, da konnte ich mich nie mit, äh, wirklich begeistern. Ja. Und das Karas Anchor, das Herzland der Zwerge und Ulthuan sind beides einfach nur solche Gelddruckmaschinen. Und dann kannst du da halt ankommen und dann hast du die Phönixgarde bei den Hochelfen. Diese richtig, richtig geilen, helle Bade tragenden Elfen mit ihren roten Rüstungen. An den Flanken hast du dann deine Schwertmeister von Hoeth, die sich durch alles durchtanzen und in zwei teilen. Oh, das ist so schön. Das ist blutige Kunst. Und die Vampirküste, so Fernkampf und so was? Weil die haben mir Spaß gemacht, so ordentlich schießen. Ja, also Vampirküste ist geil. Und auch dieser Trailer-Song, ne? Ja, den hab ich... Das ist so ein schlimmer Song, Alter. Die gibt's halt nicht auf Spotify, ey. Die muss ich immer auf YouTube nach... Wenn ich diesen Ohr aufhabe, muss ich mal in YouTube und von der Arbeit kommen, dann so, keine Ahnung, mach ich hier ein bisschen Abwaschen dazu. Ja, oh, der Blutmann ist gut. Und danach den Oga-Song. Danach der Oga-Song, der ist auch cool. Die Trailer sind sowieso alle ziemlich geil. Komus hat jetzt schon wieder den Stock runtergewonnen. Ist auch ein Idiot. Bei Vampirküste hab ich auch damals gestreamt, als es rauskam. Und die hab ich auch komplett durchgezockt. Also, ich hab mich so in diese Luthor-Harkon-Kampagne reingesteigert. Weil du hast einfach so geile Waffen bekommen. Diese Big-Bass-Kanone war so geil. Die hat so viel Spaß gemacht. Du hast doch damals die Necrophax-Kolosse kritisiert, dass du die optisch doof fandest, oder? Ja, seh ich auch. Ich find, die sehen fucking geil aus, Junge. Bin ich immer noch kein großer Fan von, aber... Das sind Zombie-Schiffe, Junge. Ich bitte nicht, wie kann das denn noch geiler sein? Aber okay, ja. Also, ich hab bei denen halt immer irgendwie modrige Mega-Man-Vibes bekommen mit dieser Armkanone. Ach so, ja, ich fand das halt so cool, dass sie einfach diese Kanonen sind und wie einfach so unsicher, die schießen so zack oder bumm und dann durch den eigenen Rückstoß werden die halt wie... Weiß ich nicht, die sehen halt aus wie... Ja, wie riesige Ends, nur als Schiffe. Das ist ein sehr guter Vergleich eigentlich, ja. Also, die bewegen sich sehr endig, ja. Genau, das find ich auch klasse oder so. Kann ich verstehen. Ja. Wie dieser Punkt ist es... Wenn ich bei Warhammer Fantasy sage, ist nicht meins oder mag ich nicht... Oh, das war... Warte kurz, das war dieser eine auch, dieser halbwegs peinliche Moment für mich in einem GW, wo ich tatsächlich vor dem Fantasy-Ding stehe und so frage, sag mal, wo sind die Piraten-Vampire? Das gibt es nicht. Ja, das ist so schade. Es ist so schade. Ey. Das ist so eine coole Fraktion. Ja, Old Times, bitte gib mir Piraten-Vampire. Das wär so geil. Luther Harkon ist da auf jeden Fall am Leben. Okay. Der guffelt in der Nähe von Lustre herum. Oh, was Vampire angeht, bekommen wir in Warhammer the Old World, vielleicht, da spekulier ich gerade drauf, bekommen wir vielleicht eine ultrageile Fraktion, weil es gibt in einem der Old World-Teaser gibt es ein Bild von den Grenzgrafen. Tyranniden. Hm? Tyranniden. Ich find das geil, hallo? Ja, ja, erzähl. Und da ist eine Heraldic, also so ein Wappen, und da steht Harkon drüber, und das Wappen ist schwarz mit einem roten Kelch. Und das ist wahrscheinlich nicht Luthor Harkon von der Vampirküste, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass das Wallach Harkon ist. Weil Wallach Harkon hat ein Artwork aus den 80er, 90ern, wo er so einen riesigen Blutkelch in die Höhe hält. Und Wallach Harkon ist der erste Blutdrache. Das sind diese krassen Vampire, ne? Das sind die Vampirritter, die mit den roten Rüstungen und so. Ja. Er ist derjenige, der das Ganze mitbegründet hat. Okay, das finde ich nice. Wir bekommen wahrscheinlich, dadurch, dass die von Krasteins komplett raus sind aus der Zeitperiode, glaube ich, dass wir wahrscheinlich Wallach Harkon bekommen als großen Vampirlord. Und das wäre so geil. Da geht mir das Fanboy-Herd so auf, dass das eine Possibility ist. Ja, also da fehlt es mir halt komplett, weil ich halt die Figuren kaum alle wirklich kenne. Aber ich merke immer wieder, weil wenn ich hier mit den Warmer-Fans auch aus meinem Bekanntenkreis so rede, die es auch viel länger kennen, dass wirklich an Fantasy so zum Beispiel, also ich weiß genau, wenn mir Leute irgendwie sehr viele begeistern, reden mir so viel begeistert über Karl Franz. Und ich so, als der das so selten hört, denke mir so, Karl Franz, das klingt so bescheuert. Aber dann werden die Augen so groß und die erzählen, ey, das ist das Bild von Warhammer. Karl Franz auf seinem Greifen Todesklaue mit dem Hammer, den die Zwerge gemacht haben. Und mit Karl-Maraz war ewig lange das Aushängeschild von Games Workshop. Das war das Symbol von denen, der Hammer. Ja, ja, das fand ich auch schon so witzig. So dieses so, ach, da ist er ja. Also wenn man so Warhammer kennt, dann sieht man, dass Karl Franz wollte und denkt sich, ach, da ist ja der Hammer. Da ist ja dieser. Karl Franz ist, glaube ich, also ich glaube, das ist auch so ein Charakter, den alle lieben. Und das ist auch schwer, den nicht zu mögen. Weil der ist halt, der ist so eine wunderschöne Mischung aus heldenhaft, übernatürlich, magisch und trotzdem noch sehr, sehr menschlich. Weil Karl Franz ist stark aufgrund der Ausrüstung, die er trägt und nicht, weil er selber irgendwie krass ist. Unter der Rüstung ist er ein normaler Dude. Er ist einfach nur ein sehr, sehr guter Diplomat und ein guter Stratege. Es ist quasi wie Batman. Er ist intellektuell und körperlich zwar das Beste, was geht, aber an sich sind es halt die Gadgets, die dann, und der gesamte, sein Intellekt, sein Training, sein Disziplin plus die ganzen Zauber-Gadgets, die machen es halt, dass er Karl Franz beziehungsweise Batman ist. Und das Coole ist aber auch, dass halt alles an Karl Franz symbolischen Wert hat. Du hast diesen Greifen, den er reitet, der ganz eindeutig ja in vielen, vielen Fantasy-Universen, wie auch in Harry Potter alleine schon, halt dieses noble, adelige, starke Bild bringt. Das Teufel, alles, was die Fledermausflügel hat, ist das Böse oder die Vampire. Aber er hat halt ein Tier mit Federn, mit Stolz, mit einem Löwe ist er da auch noch drin. Fast schon engelsgleich. Richtig, er hat ein sauberes Tier. Und dann hat er, das ist das eine Symbol, dann trägt er Galmaras, das Symbol nicht nur für Sigmar, sondern auch für die uralte Freundschaft zwischen den Menschen und den Zwergen. Naja, weil die Zwerge in den Hammer gemacht haben, ne? Genau, richtig. An seiner Hüfte hat er die Runenklinge des Rhaiklans. Das ist die Klinge, die immer der Kurfürst des Rhaiklans bekommt, was ebenfalls sein Titel ist. Weil er ist ja Imperator und Kurfürst. Summon the Electrocarons. Genau. Und dann hat er auf seinem weilenden Mantel hat er halt seine eigene Heraldik, die unglaublich imperial inspiriert ist. Und das ist halt das Coole an Karl Franz, er ist so eine Mischung aus allen Symbolen, die das Imperium geil machen. Er ist nicht nur ein Anführer, er ist das Imperium in einem Mann. Und deswegen ist er auch designtechnisch in meinen Augen halt ein absoluter Volltreffer. Er ist halt im Grunde dadurch halt eine positive Interpretation eines Gottimperators, anders als er es 40k gemacht hat, die mit einer Leiche daherkommen, die halt mehr so ein verrottender Mythos ist. Aber Fantasy hat halt wirklich diesen strahlenden Helden, auch die, die bietet auch die Bühne, dass dieser Held auch wirklich strahlen kann. Weil selbst in der Horus Heresy, da ist ja der Imperator kaum zu geben. Oder wenn man über ihn redet, denkt man so, boah, Junge, schwierig der Typ. Das ist richtig, ja. Ja, aber Karl Franz, da hört ja immer nur wirklich diese Begeisterung der Begeisterung, wie wenn Leute von Sanguinius reden oder so was. Das stimmt. Also, wenn ich so drüber nachdenke, ist das vielleicht auch einer der Punkte, den ich an Fantasy mag. Du hast zwar auch in Warmer Fantasy keine wirklichen Guten und Bösen, weil im Kern alle irgendwie so nach ihren eigenen Interessen handeln. Aber du hast trotzdem Momente von echtem Heldentum. Du hast so Momente, wo du diesen typischen glänzenden Helden, den Ritter, das Ideal einfach siehst. Das ist ja auch so wichtig. Und das finde ich auch so schön, weil da habe ich gerade auch so einen emotionalen Flashback, weil dein Video damals über die Primarchen, und das war ja eins, das habe ich ja damals so oft geguckt, bis ich alle Primarchen auswendig konnte. Und das Video hast du immer so begonnen mit, natürlich der dunklen Einleistung, die Zukunft ist düster, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber dann sagst du in diesem Stimmton, aber es ist auch die Zeit von strahlenden Helden. Und da dieses so, das ist so auch erzählerisch, hast du da auf einmal so die Wolken, der geht auf, Licht kommt, und auf einmal siehst du halt so dieses, siehst du halt dieses Cover von Vulkan, der seinen Hammer in den Himmel hebt. Vulkan ist so ein tolles Beispiel. Vulkan ist so ein tolles Beispiel. Ist ja das, weil auf Spotify ist jetzt sein Hörbuch draußen, Vulkan lebt, und ich finde es so semi-gut. Ich finde es gerade echt anstrengend zu hören, und das einzig Witzige gerade, finde ich, ist Konrad Körst, der ihn die ganze Zeit veräppelt. Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich meine jetzt von der Lore her und so, und von den Salamanders her. Ja, ja, da bin ich halt schade, dass dieses Buch mich bisher gerade nicht so kickt. Aber erzähl mal, erzähl mal, ruhig. Und das ist wirklich, wirklich schön, und ich glaube, deswegen ist die Horace Heresy auch so reizvoll. Liest du die Siege-of-Terror-Bücher? Oh, nee, ich bin vor einiger Zeit ausgestiegen. Oh, schade, mein Vulkan! Oh, der Vulkan macht tolle Sachen gerade. Ja, ich weiß, aber es ist halt so ein Riesen-Zeit-Commitment momentan. Ja, ich weiß, verstehe. Und ich versuche lesen, zu balance und hinterherzukommen. Ich möchte auch unbedingt, aber es ist gerade noch nicht wirklich wieder drin. Es ist wirklich ärgerlich. Ja, verstehe, verstehe. Aber, ja, gut, Fantasy, Fantasy. Genau, und das mag ich halt, weil du hast halt so sehr direkt dann auch diese, immer wieder diese sehr, sehr positiven, heldenhaften Elemente. Du hast dann Karl Franz, der sich dem Riesen entgegenstellt. Oder du hast dann auch Tyrion und Taklis, die sich dann halt gemeinsam Dämonen gegenüberstellen. Weil das Schöne ist halt, das hat 40k auch. Irgendwie habe ich aber dadurch, dass das Imperium im Kern so rotten ist, so falsch ist, fühle ich das beim Fantasy-Imperium sogar noch ein bisschen mehr. Du hast zwar keine per se gute Fraktion, aber dadurch, dass du per se böse Fraktionen hast, hast du trotzdem Momente von Heldenmut. Und das fühlt sich halt irgendwie real an, weil ich glaube auch, so wie wir alle, so Menschheit, Menschen generell, auch so historisch gesehen, wir sind nicht die Guten. Aber wenn wir mit etwas wirklich Bösem konfrontiert werden, können wir trotzdem Heldenmut und heldenhaft sein. Und das ist so eine schöne Reflexion, die Fantasy mir noch mehr gibt. Und es kommt ja auch immer auf die Perspektive an oder auf den Winkel, von dem es erzählt ist. Weil das Ding ist so, ich habe kein Problem damit, wenn ich sage, das Imperium sind die Guten. Weil ich der Meinung bin, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn man das Scheiß-Imperium nimmt im Vergleich zu der Definition der Hölle, Alter. So, dann in diesem Maßstäben sage ich die Guten, okay. Aber ich meine, es funktioniert ja auch so, ich meine, wenn du so ein Buch liest, dann bist du ja auch nicht die ganze Zeit so drin, denkst dir, also aus meiner sozialdemokratischen Sicht ist dieses ganze System aber hochverkockt, so liest du doch kein Buch. Du bist ja dann in der Perspektive der Figuren. Also so zum Beispiel kann ich auch ein Nightlords-Buch lesen und auch zum Beispiel ein Nightlord meinetwegen, wenn er einen Space Marine tötet, und darin auch irgendwo etwas für diese Handlung in diesem Moment etwas Heldenhaftes sehen. Oder bei Loyalen Legion ist es vielleicht noch einfacher, dass man halt, man weiß, die Space Marines erobern die Galaxis und machen eigentlich Kriegsverbrechen non plus ultra. Aber in diesem Kontext dieser Geschichte, so wie wir sie vorgestellt haben, ist Gaviel Logan gerade ein absoluter Held für uns. Anstatt halt die indoktrinierte, bösartige Krieger, der ja eigentlich irgendwo ist. Also das ist halt immer die ... Wie weit lässt du dich auf das Universum ein? Und das klappt, find ich. Oder auch einfach, wie sehr berührt dich in dem Moment halt die Motivation, die der Charakter ausübt. Ja, genau. Weil ... Das schaffen sie halt ganz gut. Weil ich weiß immer noch, ganz genau, dieses so ... Selbst Gaviel ... Das fand ich auch so toll in den ersten Horror-Series-Büchern. Selbst als Gaviel Logan, der ja eigentlich als ein Space Marine dargestellt wurde, der ja schon gut mit Menschen kann. Und sehr pragmatisch auch ist eigentlich. Sehr pragmatisch, dass der dann es trotzdem irgendwie nicht kapieren konnte, wie ... Warum seid ihr sauer? Weil wir haben Zivilisten getötet. Ihr standet uns im Weg, als unser Primarch verwundet war. Wieso seid ihr sauer, dass wir ... Ihr standet im Weg. Also, dass da trotzdem diese ... Ich fand's toll geschrieben. Er ist auch schon so ein bisschen ein Autist, ne? Ist er ein Space Marine? Ja, sag ich ja. Ein Space Marine, der sich bemüht, menschlich zu sein, ist ein Autist, ja? Mhm. Und ansonsten, ja, ergib dich halt dem, was du halt bist, ein Halbgott oder so was. Aber das find ich halt auch schön. Und ich glaube, das ist eine ganz nette Erkenntnis, auf der wir auch die beiden Universen so ein bisschen auch ... auf den Punkt bringen können, dass du brauchst nicht unbedingt die Guten, um eine Heldengeschichte zu erzählen. Ja, du brauchst einen Kontext für einen Helden. Genau, du kannst Heldentum auch ohne das moralisch Gute haben, was ich irgendwie nett finde. Weil das rekontextualisiert halt auch mal so ein bisschen diese moralische Grauzone, in der sich die beiden Universen bewegen. Ja. Da bin ich auch hier spannend, was jetzt in den nächsten Jahren da so auch erzähltechnisch auf uns zukommen wird, denn hier dieses ... Ich meine, ja, klar, wenn's dann irgendwann verfilmt wird, der ganze Kram, bist du da ... Ich meine, das ist jetzt nicht Fantasy, aber bist du da skeptisch, was die Verfilmung angeht? Ja, du meinst den ganzen Henry Cavill-Kram? Ja. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es gut wird. Das tun wir, glaub ich, alle. Also, ich glaube, es gibt so ein Problem, dass wenn man sich halt kritisch gegenüber solchen Sachen äußert, dass man dann ganz schnell rüberkommt, so als wenn man möchte, dass es failed. Ey, das wird aber so, wie man schon jeden Boom ... Man kann's doch eigentlich schon vorausprophezeien. Egal, was sein wird, jetzt ist Harry Cavill, Gottimperator, alle geil. Dann wird irgendeine Meldung kommen, alle werden ihn scheiße finden, alles rotzt, dann kommt's raus, ist halbwegs okay und in zehn Jahren ist Warhammer so Mainstream wie Star Wars und alle finden's kacke. Ne? Okay, ähm, dann hab ich tatsächlich sogar ne weniger, äh, ne weniger zynische Ansicht als du, Respekt. Ne, ne, also, es ist jetzt so einfach salopp gesagt, also, ich wünsch dem ganzen Jahr nur alles Gute, aber so manche Dinge sind ja auch so ... Man hat ja schon ein paar Muster gesehen, ne? Also, ich glaube, dass Henry Cavill das Herz am rechten Fleck hat, von dem, was man bisher so gesehen hat. Ich respektiere ihn sehr dafür, dass er die Witcher-Show verlassen hat, als es zu weit von der ursprünglichen Buchidee weggegangen ist. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Cavill das Bestmögliche tun wird, um dem Universum gerecht zu werden. Und wie immer, wenn man nen Satz so anfängt, kommt jetzt das große, böse Wort mit vier Buchstaben, aber ... Los geht's. Ähm, ich hab kein Vertrauen in Amazon. Mhm. Als Firma oder als kreative Produktionsfirma. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Amazon bewusst ist, wirklich, was sie da gerade finanzieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ... Auch wenn Cavill sagt, dass er jetzt eine Menge Freiheiten hat, zu machen, was er möchte, dass das auch relativ schnell von Amazon auch eingeschränkt werden kann. Ja, weil ich warte eigentlich auch nur auf den Tag, okay, Cavill ist jetzt doch raus oder so was. Ja, und ich ... Ich seh das halt ähnlich. Dieser ganze Kram funktioniert ja gerade auch nur so positiv, weil wir ja diesen lächelnden Cavill haben, der da in Warhammer World mit dem Kane in der Hand dasteht. Ja, ja. Wir haben ja so eine positive Gallionsfigur. Wenn wir jetzt einfach hören würden, Amazon macht Warhammer, ich glaube, dann würden wir alle Fans so ... Ja. Wir würden hier sitzen, Knöschel knacken und so. Alter, 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 alter. Was, 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 was? Ja, eher so ein bisschen das Maskottchen in der ganzen Geschichte. Ja, und ... Egal, was daraus jetzt wird, so, keine Ahnung. Also, ich ... Nehme ihn ab, dass er ein Fan ist. Und wenn er da auch Produzent ist und auch irgendwie was dafür tun möchte. Aber das Problem ist, halt dieses ganze Hollywood-Konstrukt hin und her. Ich meine, wie oft wurde jetzt schon Batman hin und her geschoben, mit wem und wem das ist ... Und auch als Produzent hat er nicht das letzte Wort. Ja, definitiv. Ähm, keine Ahnung. Also, ich denke wirklich, also ... Wobei, aber auch wir trotzdem dabei ja auch irgendwie so ... Irgendwie, was ich ganz interessant finde, alle reden über das Amazon-Ding, aber dabei hat GW ja jetzt schon einen Trailer zu ihrer eigenen Serie mit Parian Nexus gemacht, was ja auch eigentlich animationstechnisch sehr, sehr krass aussehen wird. Aber da hab ich so das Gefühl, auch wenn's gut aussah, so richtig viele hat's, weil auch der Trailer von der Handlung irgendwie kaum was vorweggegeben hat, nicht wirklich viele gejuckt, oder? Ich glaube, das liegt aber auch an dem ganzen Warhammer-Plus-Modell. Also, ich glaube ... Wird das Warhammer-Plus sein? Ja, oder? Geh ich mal von aus. Also, ich hab jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich glaube, ähm ... Ich hab jetzt schon von vielen gehört, dass einige der Warhammer-Plus-Serien inhaltlich wirklich, wirklich richtig gut sind. Und das glaub ich auch. Hammer und Bolter, ja. Also, die arbeiten sich vor. Die haben so ein paar Aussetzer. Und ich seh bei Hammer und Bolter einfach aus animationstechnisch, ich seh, dass das ein Team ist, die mit jeder Folge ein bisschen mehr gelernt hat. Das mag ich an sich. Das ist immer schön, wenn man so eine Sache hat, wo man selber integriert ist, und wo man dann so Kleinigkeiten bemerkt und dann auch so ein bisschen immer jedes Mal so ganz leicht hinter die Kulissen selber schauen konnte. Ah, jetzt haben sie das rausgekriegt. Ah, jetzt haben sie das ein bisschen verbessert. Richtig. Und das Krönung war dieses Weihnachtsvideo mit dem Death Rocker, wo sie Jingle Bells gesungen haben, falls du das gesehen hast. Ja, das war also richtig gut. Aber ich bin halt noch nicht davon überzeugt, dass ein bezahlter Abo-Streaming-Dienst nur von Warhammer wirklich was ist, was sich halt durchsetzt. Und ich denke mal, viele der Projekte ... Nee, wird's auch nicht. Ich bin halt der Meinung, dass ... Okay, das wäre jetzt ... Ich rede jetzt einfach nur als Fan. Wie finanziell erfolgreich das wäre, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, dass sich Games Workshop deutlich mehr guten Willen und auch deutlich mehr positive PR geholt hätte, wenn sie einfach gesagt hätten, okay, pass mal auf, die ganzen Fan-Creator, die sowieso auf YouTube sind, die kriegen jetzt quasi ... Die kriegen jetzt unsere Unterstützung, die kriegen unser Blessing. Die kriegen jetzt vielleicht ein bisschen Support von uns. Und wir machen jetzt eine offizielle Serie auf YouTube, die wir sponsoren. Ich glaube, das wäre eine so viel bessere PR-Aktion gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Warhammer Plus auf Dauer genug rentiert, um teure und aufwendige Animationsprojekte weiter zu finanzieren. Ich glaube, dass sie sich da vielleicht ein bisschen übernommen haben. Und vor allem haben sie ja auch im Zuge des ganzen Warhammer-Plus-Kram sich ja auch durchaus eine Menge negative Presse erwirtschaftet. Mit diesen ganzen Strikes oder whatever da gegen die YouTube-Creator. Ja. Und ich glaube, das war einfach mal wieder eine sehr ... Man sagt im Englischen heavy-handed. Also sehr, sehr schlecht geplant, schlecht durchgeführt, schlecht durchdachte Aktion, wo bestimmte Leute in der Geschäftsführung vielleicht Geld gesehen haben und den Blick über das große Ganze und das Community-Gefüge vielleicht ein bisschen verloren haben. Ja, weil zum Beispiel diese ganzen Fan-Kreationen, also zum Beispiel Emperor Text of Speech, du weißt, gut, das habe ich erst später gesehen. Aber Astatus haben sie ja noch aufgekauft. Aber ich muss ja halt sagen, dass gerade dieser ... Gerade wenn man dann halt selbst Animationen macht, ne? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass der Kram, den ich gemacht habe, an Astatus oder so was ranreicht oder so. Aber ich würde ja trotzdem sagen, das kam halt wirklich sehr, sehr von Herzen. Und ich habe das auch in den besten Willen gemacht. Und ich glaube nicht, dass ich GW damit in irgendeiner Form irgendeinen Euro gekostet habe oder so. Im Gegenteil. Ja, also das werde ich gerade sagen. Keine Ahnung. Ich bin halt nicht derjenige, der Warhammer im Hobby-Store kennengelernt hat von einem geschulten GW-Mitarbeiter, sondern ich habe Warhammer ... Das tun die wenigsten. Ja, ich habe Warhammer halt durch YouTube, durch Fan-Content kennengelernt. Und dann einfach so dieses ... Ja, also ... Wenigstens haben die da oben mitbekommen, dass der Typ von Astatus, Asyama heißt der, glaube ich, dass der was drauf hat. Und ja, aber wann jetzt Astatus 2 kommt, wir wissen, es steht ja immer noch in den Stern. Ja, und vor allem, das ist ja auch ... Also gerade ein Nischen-Hobby wie Warhammer ist ja auch ... Ich glaube, ich kenne niemanden, der Warhammer über einen GW-Mitarbeiter oder über irgendwas kennengelernt hat. Also 90 Prozent der Leute sind ... Ich habe da was online gesehen. Oder die älteren Fans waren ... Ja, ich habe da irgendwie ein paar Kumpels gehabt und die haben mir das gezeigt. Jo. Das hat sich schon immer über Freunde, Word of Mouth und all sowas halt rumgesprochen. Das ist halt eine sehr auch kleine und enge Community, die da angesprochen wird. Und ich denke, dass viele von den Entscheidungen, die jetzt in den letzten Jahren getroffen wurden, vielleicht ein bisschen zu sehr auch Warhammer als so ein Multimedia-Geschäft betrachten. Sie wollen mir in meinen Augen manchmal so ein bisschen zu sehr vielleicht so Disney sein. Ja, ne, wir wollen alles sein. Wir wollen jetzt den Streaming-Service haben, wir wollen das Merch haben. Und ich kann ja mal sagen, ich habe meine Zeit lang als Kunstlehrer gearbeitet. Und als ich da in einem GW war, und dann haben wir auch geredet, was machen wir beruflich, habe ich das erzählt. Und da haben sie mir auch einen Flayer in die Hand gedruckt. Hier, wir haben auch für Schulen hier unser eigenes Kunstprogramm oder sowas. Krass, okay. Ich habe es jetzt nicht durchgezogen. Also ich habe es jetzt nicht komplett durchgezogen, weil an sich hätten die uns ... Finde ich halt trotzdem nett. Also Necrons und Space Marines gegeben, die unbenutzbaren Citadel-Pinsel, also who cares, und ein paar Base-Farben, wo auch nicht mal alles drin gewesen wäre. Also an sich ist der Umgang nett, aber dann ist auch so die Sache so, GW, was glaubt ihr eigentlich, wie das so ist? Wenn ich jetzt ... Weil ich habe darüber mit den Schulsozialarbeitern auch mal so drüber geredet, als ich erzählt habe. Ich wollte halt echt den Namen Warhammer und Killteam echt umgehen. Ja, natürlich. Warst du an der Regelschule oder an so einer ... Nee, es war schon Gymnasium. Das war schon Gymnasium. Aber man hat dann einfach schon gemerkt, aha, das ist ja so ein Kriegsspiel. Also aktuell mit der politischen Lage ist es halt so schwierig. Und ich rede mir einen Wolf ab, weil ... Ich meine, Greike, ich glaube, da stimmst du mir, glaube ich, zu, wenn wir jetzt sagen, also die Gewaltbereitschaft in unserem Hobby ist sehr, sehr gering, oder? Es sind halt ein Haufen Nerds. Also die können nicht mal, wenn sie wollten ... Ja, das konnte ich mit dem Schulsozialarbeit erst nicht so ins Gesicht sagen. Um mal das Klischee abzuspielen. Ich meine, ich weiß, es stimmt nicht, aber ... Nee, das ist vollkommen richtig. Ja, klar, aber das ist halt so, wo ich mir so denke, so, ähm ... Ja, wenn ... Also, Warhammer, wenn ... GW, wenn ihr es schon jetzt so pädagogisch wertvoll verkaufen wollt, dann nennt es dafür irgendwie anders und nicht Warhammer. Nennt es einfach, ähm ... Ja, keine Ahnung, Dice and Paint. Also gibt den ganzen einen größeren Branding-Namen. So, nicht, dass ich auf dem Flyer in die Hand, den sie mir gegeben haben, steht oben, Warhammer Alliance, Kriegshammer-Allianz. Aber, aber ich ... Geil. Ich finde, das ganze Konzept halt irgendwie auch ein bisschen ... Ich bin halt ein Purist in der Hinsicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich find's halt ... Ich find's halt deutlich schöner, wenn man sich mehr auf diesen engen Hobbykreis bezieht, den wir schon haben. Und die Ressourcen, die man jetzt benutzt, um sich quasi zu erweitern und zu expandieren, vielleicht in die Qualität reinsteckt von den Sachen, die man schon hat. Weil ich seh jetzt halt auch nicht so ganz ... Na, da ... Ja, erzähl. Ich seh jetzt auch nicht ganz, dass sich die Reichweite des Universums jetzt so krass dann erweitert. Dass das so krass Mainstream wird und alles. Seh ich halt irgendwie. Dafür ist das alles zu Nische und zu groß. Na, sagen wir, es kommt darauf an, wie sehr es korrumpiert wird. Denn zum Beispiel, wenn wir jetzt so fragen, so zum Beispiel, würde eine Figur, wenn du jetzt Darth Vader oder so was hast, würde ein böser Charakter wie Darth Vader, würde das Sinn machen, den auf eine Brotbose für Grundschüler zu packen? Im Kopf irgendwie nein. Aber jetzt gibt's es halt trotzdem. Wir haben Kylo Ren, wir haben auch die Bösen. Und ich trau's leider auch Warhammer mit seinen bunten Space Marines zu, so korrumpiert zu werden, dass wir auf Schulranzen irgendwann Space Marines mit bunten Boltern sehen oder so was. Ich find das Darth Vader-Argument sehr, sehr überzeugend und ich geb dir recht. Ja, deshalb so ... Ich meine, Warhammer ist Grim Dark, aber es wird dann irgendwie schwierig, wenn der Kern nicht mehr im Grim, im The Dark ist oder so. Wobei ich da auch sagen muss, ich bin halt auch ... Da muss ich mich selber eventuell mal kurz bloßstellen. Hm? Ähm, ich bin auch so ein ganz, ganz fieser, kleiner Penner, der es auch irgendwie mag, dass es Nische ist. Ich hab gerne ein Nischen-Hobby, sag ich ganz offen. Ja. Ja, was heißt Nische? Also, will ich das, dass es Nische bleibt oder nicht? Irgendwo ist ja schön so was Kleines, Uriges. Ähm, aber weiß ich nicht. Bestrebungen zur Größe. So, einfach so, weil ich denk mir einfach so, es ist jetzt so, wie es jetzt ist. Irgendwas wird passieren. Und damit werden Dinge passieren. Und ich bin schon emotional irgendwie groß investet. Und ich bin halt so ein slanischer Anhänger. Ich will's immer intensiver haben. Gib mir immer mehr. Und deshalb, ja ... Ja, nee, so ... Da ist es schön, wenn man genügsam ist wie du. Das ist sehr loben. Nee, nee, es ist das absolute Gegenteil von genügsam. Das verspreche ich dir. Lass mich erklären, warum. Weil ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du, je weiter du expandierst und je weiter du dein potenzielles Zielpublikum auch ausbreitest, desto mehr verschiedene Geschmäcker und desto mehr verschiedene Ansprüche musst du auch befriedigen. Ja, ich sehe das ja auch bei Marvel, ne? Bei Marvel kommt jetzt so was wie She-Hulk raus und dann jetzt so, ich weiß nicht, was Wakanda Forever für ein Film war, aber das war sehr seltsam, dieser Film. Und es wird halt immer irgendwie dann Kompromisse geben, um halt für einen immer breiter werdenden Markt noch mehr Leute anzusprechen. Weil das Ding mit Expansion ist ja, die hört ja nicht einfach irgendwann auf. Warte mal kurz, warte mal kurz, Horus. Horus, was ist los mit dir? Hörst du den? Was hast du denn gerade, Alter? Du kleiner Blöd, Mann, du. Aus. Dinge, die der Imperator auch gerne gemacht hätte? Ey, wirklich, ey. Horus, sitzt Platz. Ja, Papa. Ja, bei ihm hat der Imperator dann seinen Platzsitz gemacht. Ja. Aber nee, ich dachte mir auch übrigens so, den eigentlichen Gag, den ich jetzt noch bräuchte, wäre, ich muss mir jetzt noch einen Vogel holen, den nenne ich Sanguinius. Und irgendwann komme ich nach Hause, stehe auf der Türschwelle, gucke mit meinem Monsterkinn nach oben, während Horus mit seiner Keule auf der Türschwelle so und am Boden liegt halt Sanguinius, also der kleine Vogel. Oh, einfach dafür. So, Horus, jetzt aus. Jetzt wirklich aus. Und jetzt Platz. Ähm, ja, genau. Der Punkt, den ich gerade machen wollte, ist halt, Expansion ist ja nicht irgendwann zu Ende. Sobald sie merken, dass die Expansion funktioniert, wollen sie das ja immer weitermachen. Und da sitzt ja keiner, der sagt, okay, jetzt ist aber gut. Und das heißt, je größer ein Thema wird, desto mehr Leute will es ansprechen, desto größer will es werden. Und dann hast du halt irgendwann eine sehr, sehr graue, einheitliche Masse. Weil, wenn du jeden ansprechen möchtest, kannst du niemanden direkt ansprechen. Ja, ja, das ist auch so eine der Sätze, die ich im letzten Jahr für mich mit Kunst und auch meinem Hauptprojekt Tinklex und so was auch so gemerkt habe. If you want to talk to everybody, you talk to no one. Komplett richtig. Und das ist so wichtig. Und deshalb, das muss man sich bei so vielen Punkten auch merken. Also, versuch nicht, jeden anzusprechen. Irgendwo ist dieses Spezifische auch das eigentlich wahre Gold. Richtig. Absolut. Und genau deswegen versuche ich das halt auch immer ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Ja, ich finde quasi die Ausbreitung von unseren Hobbys auf eine Mainstream-Audience, finde ich im Kern im Prinzip keine schlechte Sache, weil je mehr Leute Spaß daran haben, desto besser ist es, klar. Aber genau das ist ja diese mitschwingende Gefahr. Und ich glaube, das auszuartikulieren und zu sagen, nee, man ist quasi nicht nur Hipster. Man hat da wirklich eine reale Gefahr, die dahinter steht. Ich glaube, das ist auch wichtig, das so neutral einfach mal auszusprechen, zu sagen, nee, es wird wirklich eine Veränderung geben. Und je weiter das geht, desto mehr wird diese Veränderung auch bleiben. Und irgendwann gehen halt auch Aspekte verloren, die du eventuell gerade magst, weil sie halt unangenehm sind. Ja, also ein Gedanken, den ich dann auch so nach dem Podcast der letzten Folge, den ich auch mal ein bisschen besser artikulieren konnte, dann für mich innerlich war. Ich glaube, dann irgendwann so ein gutes Beispiel, wenn bei Warhammer irgendwas für mich komplett schiefläuft, ist, wenn irgendwann eine Verfilmung oder eine Serie kommt, und der zum Beispiel ist eine Rückblende oder Szene oder auch eine ganze Folge, in der Horace Heresy gibt, aber einfach die Rüstungstypen primares Interessoren sind, weil einfach Schreiber und Z-Designer gar keinen Fick mehr geben. Und ich glaube, dann wäre irgendwas wirklich kaputt. Alter, du machst jetzt aber wirklich den Teufel an die Wand, ne? Ja, ja, das ist so eine der Vorstellungen. Ich stelle es dir halt vor, weil das Problem bei Warhammer ist ja auch, wir als Fans sind da ja auch wirklich tief drin, wir kennen uns aus, aber wir wissen auch, dass man für manche Sachen wirklich Ahnung haben muss. Und wir sind penibel wie Scheiße. Richtig, und angenommen, irgendwann hat jemand, kriegt Geld, um ein Skript zu schreiben, dann muss noch ein anderes Skript weiter drüber, weil es in der Attest-Audienz nicht passt. Und dann auf einmal wurde etwas von einer Seele geschrieben, die nicht genug von diesem Universum weiß oder es auch einfach nicht drum schert. Weil das ist es ja, diese ganzen Fan-Contents. Und deshalb, warum ich auch GW, also egal, was die Firma macht, also das meiste der Designs und der Lore, die rauskommen, muss ich sagen, taugt mir immer noch. Also, wo ich sagen, hab ich auch das Gefühl, ist alles irgendwie ein Guss. Aber wenn das dann irgendwann soweit ist, dann ... Hm, schwierig. Du hast aber auch zwei sehr, sehr schöne Sachen wieder angesprochen. Zum einen, also zwei der großen Nemesis-Erzfeinde des kreativen Ausdrucks. Das eine sind Test-Audiences. Hm. Test-Audiences sind der Tod der Kreativität. Ja. Und das andere ist auch noch mehr Writer, noch mehr Writer, noch mehr Writer. Richtig. Im Deutschen sagen wir, zu viel Köche versalzen die Suppe. Richtig. Im Englischen hab ich einen wunderbaren Satz dazu gehört, und der hieß, ähm ... A camel is a horse designed by committee. Und das find ich halt so schön, so dieses ... Ja, das Pferd, so diese elegante Simplistik, dieses starke Wesen. Ja, aber wenn jeder quasi so seinen Selbst dazu zugeben mag, der eine möchte dann hier vielleicht noch einen Wasserspeicher haben, der andere findet das nicht so schön. Ähm, eine kreative Vision ist immer am stärksten und am kohärentesten, wenn sie von möglichst wenig ähnlich denkenden Menschen kommt. Weil, um eine schöne ... Ich finde, um ein schönes Universum und eine schöne Geschichte darzustellen, ähm, musst du manchmal auch einfach so die Eigenheiten des Einzelnen, der sich da gerade ausdrücken will, akzeptieren. Das sind die Sachen, die es dann irgendwie schön machen. Hm, ja. Ja, also ... Es wird halt gruselig, weil eben grad muss ich auch diesen Gedanken weitermachen. Weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt sieht, so wie die ganzen Marvel-Filme das gemacht haben, was ich da ja auch ganz toll finde. Marvel, DC, die berufen sich ja auf Comic-Helden. Und Comics, ähm, die sind ja auch in ihren Storys halt sehr wirr und frei. Da gibt's Elseworlds-Storys und so was. Und da kommt, da ist es halt vollkommen okay oder auch erwünscht, wenn der Superman- oder Captain America-Suit in jedem Film umdesignt wird. Aber wir Warhammer-Fans, wir wissen ja, was für Rüstungstypen wann und wie und wo, zu welchem Zeitpunkt wann und wie getragen wurden und bei welcher Einheit und bei welchem Orden. Ja. Wobei Comic-Fans sind dann nicht weniger penibel. Seien wir mal ganz ehrlich. Ja, allerdings, äh, dann ... Weiß ich nicht. Also, ich sag's dir ganz offen, seit unserem letzten Podcast bin ich ein bisschen in Comics reingegangen. Uiuiui. Ich bin aus Comics rausgegangen in der Zeit, aber ja. Ich hab mir einige der absoluten All-Time-Klassik-Batman-Comics gekauft. Ja, welche sind dabei? Ähm, ich hab zum Beispiel Caught of Owls. Ja. Ich hab, ähm, The Long Halloween. Von Greg Capullo und so, Long Halloween, ja. Ähm, Year One. Year One von Miller oder Moore? Genau, genau. Miller war das, ne? Äh, The Dark Knight Returns, glaub ich, heißt das. Ja, das ist Miller, das ist muah. Also, die Zeichnungen sind seltsam, aber die Story ist muah. Äh, dann, ähm, Dark Victory. Kenn ich nicht. Ich kenn nur den YouTuber. Und, äh, irgendwas hab ich vergessen. Warte mal. Death in the Family? Death of the Family? Ah, hab ich noch hier liegen? Hab ich noch nicht gelesen. Oh, Gesichtshaut bitte, gönnst dir. Das ist großartig. Und, äh, hab ich Hasch schon gesagt? Hasch, ja. Der von Jim Lee. Genau. Die hab ich jetzt, äh... Also, der Zeichner. Die hab ich alle gelesen. Gut. Ähm, dazu noch Red Sun von Superman. Ah, der ist auch schön. Und dann hab ich halt aber auch die animierten Filme dazu gesehen. Oh, die sind mal so, mal so, ne? Richtig, genau. Und, und ich hab richtig diese, diese innere Comic-Book-Nerd-Rage-Gefühl teilweise. Ja, das glaub ich. Das glaub ich. Aber gerade so zum Beispiel, wenn sie Killing Joke versuchen zu verfilmen. Ja, hab ich auch hier. Killing Joke ist einfach, da ist eigentlich jedes Panel verzeichnerisch so ein Gedicht. So wunderschön. Und vor allem ist da auch kein Panel zu viel. Richtig, richtig. Killing Joke funktioniert absolut außer... Und, ey, wirklich, es gibt so manche YouTuber. Forger, hörst du das, Forger? Ich weiß, du tust bis heute, als würdest du uns nicht kennen. Egal. Nee, aber der hat mal gem... Das ist ein Filmkritiker. Das ist bei Morty und mir, mein ehemaliger Podcast-Moderatorsohn, äh, der über... Da hatten wir viel in der Vergangenheit zu tun. Alles klar, das werde ich researchen. Das klingt witzig. Aber, ist an sich ein netter Typ, aber der hat irgendwo mal in einem Video so gesagt, dass Killing Joke irgendwie der schlechteste Comic ist, den er jemals in seinem Leben gelesen hat. Und ich dachte mir... Oh, was? Wie? Ja, ja, das ist... Der hat sehr viele kontroverse Meinungen und hat irgendwie gefühlt in jedem Video das schlechteste XXXXY, das er dieses Mal in seinem Leben gesehen hat. Das ist ganz... Also, er ist nett. Ich mag ihn, aber er ist schon ein bisschen schrollig. Du, ähm, ich kann das noch ganz sicher. Ich hab einen sehr, sehr guten Freund, der mag die Avatar-Realverfilmung. Was? Ja. Ja. Also, es gibt einfach... Bolter durchschladen und abdrücken. Es gibt einfach seltsame Leute und das muss man akzeptieren. Oh ja, ne? Das ist so... Manche Leute, so kennst du das, du hast es ja gerade erklärt, aber so die besten oder auch die engsten Leute, die man so kennt, die haben manchmal so Eigenarten, wo man... Richtig, du siehst, warum mag ich dich nochmal? Ja, aber auch wirklich so, oder auch, wo du dich ganz intellektuell tief fragst, was läuft bei dir schief? Richtig. Wenn's... Ich hab dich für so schlau gehalten, dann kommst du mit sowas an. Richtig. Ironisch kann man das vielleicht mögen, oder... Hat der sonst schon mal Filme geguckt? Äh, ich zweifle es an, er sagt ja. Weil ich glaub, wenn du noch niemals in deinem Leben was von einem CGI-Effekt gehört hast, dann ist das schon next level. Naja, bei mir ist das dann wirklich der Inhalt, weil ich bin ja ein riesen Avatar-Fan von Heather Element. Ja, ja. Ich liebe das, ja. Das ist großartig, ja. Und da hab ich dann auch ganz, ganz übel die Nerd-Rage gefühlt. Oh, da gehört da auch gar nicht... Ey, aber nee, jetzt nicht über den Film reden, bitte. Das ist... Ich glaub, ich glaube, das ist ein Thema, das machen wir dann irgendwann in einem ganz, ganz anderen Podcast mal. Genau, wenn wir beide so komplett neue YouTube-Kanäle haben, Avatar-Podcast-Kanäle. Oder einfach das große Thema, äh, Torben und Blunte Nerd-Rage. Oh, ja, ich weiß gar nicht. Ich bin eigentlich aus so Nerd-Rage so teilweise raus oder so, ich versuche mir Nerd-Rage ganz oft so zu verbieten oder so was. Kann ich verstehen, ja. Weil so manchmal so hat man so ein bisschen so das Meme von Seymour Skinner vor sich. Oh, krass, erdeck. Ja. Oder so was. Und man möchte aber auch nicht der sein, der immer alles irgendwie hatet. Das ist ja auch irgendwie keiner, mit dem man gerne redet. Wo ich darin ja auch irgendwie so eine kleine Kunst sehe, weil auch so viele Wormack-YouTube-Kanäle, die ich gucke, manche sind halt so, auch so von solchen alten Hobby-Nasen, wo du gefühlt hast, in jedem Video geht's nur darum, wie sehr sie das Hobby scheiße finden. Aber das ist halt, ja, auch die Leute, die, ich meine, das ist halt besser, als die ganze Zeit aus dem Fenster zu gucken und Passanten anzupöbeln. Kommt dran, wo du wohnst. Ja, gut, in Berlin wäre das Öffentlichkeitsarbeit. Also, was bist du beruflichst Sozialarbeiter? Ich schreie aus dem Fenster. Oh, das, wenn es so einfach wäre, dann wäre ich auch in der sozialen Szene geblieben, wenn es so funktioniert hätte. Ja, wenn es so einfach wäre, wäre ich da auch geblieben, sag ich dir. Ja, das ist ein seelenzermürbender Beruf leider in Deutschland. Auf jeden Fall. Ja, ich war in der Pflege. Oh, same. Ja. Behinderte bei mir. Ja, Dito. Oh, cool. Ich war beim Paritätischen Wohlfahrtsverband für drei Jahre. Oh, wunderbar. Ich habe drei Jahre für Studium, duales Studium, das ich da gehabt habe. Ah, jo, okay, krass. Nee, ich habe mein FSJ zwei Jahre verlängert und habe da ehrenamtlich gearbeitet. Ehrenamtlich sogar? Ja, also ich habe erst FSJ gemacht, dann habe ich das FSJ verlängert und dann habe ich noch ein Jahr ehrenamtlich rangehängt. Okay. Wobei ich als ehrenamtlicher besser bezahlt wurde als als FSJler. Ach, Göttchen. Nee, aber da bin ich auch für mich, ja, muss ich dazu sagen, ich bin froh, dass ich da raus bin, dass das Leben jetzt so andere Bahnen eingeschwenkt hat oder dass man die Kurve rausgeschafft hat irgendwie. Ja, mein Rücken dankt es mir. Oh, ja, Leute heben und dann ganze Pflege und dann so. Aber ich muss sagen, ab einem gewissen Punkt, immer wenn du mit Leuten über Behindertenpflege und so redest, sagen sie, oh, das könnte ich ja gar nicht, das ist voll schwer. Aber ich muss sagen, das ganze Körperliche, das hast du, jeden Ekel hast du da in der Woche irgendwie raus, weil es irgendwie ist Arbeit. Das Anstrengende ist dann das Psychische, das Psychologische. Wenn manche Leute gewisse Eigenschaften oder sowas haben oder du bei manchen Klienten wirklich auf jedes Wort so ein bisschen achten musst oder du die kleinsten Regungen, die die haben, schon irgendwie deuten kannst und dann Unheil bevorsteht. Ich war in einer Integrationspflege für Kinder in der Schule. Also behinderte Kinder in den Schulalltag integrieren. Okay. Und da hast du das dann teilweise gehabt, so diese wirklich, wirklich anstrengenden Dinge waren, du hast dir drei Monate den Arsch aufgerissen, dem Kind was beizubringen, was echt nicht einfach, so Kleinigkeiten wie, das Kind kann jetzt plötzlich einen Einkaufszettel lesen und danach einkaufen. Ja. Das ist eine Menge für einen 16-jährigen behinderten Jungen. Kommt auf, ja, ja. Das kommt auf die Bindung an, natürlich, keine Frage. Aber das ist so ein richtiges Erfolgserlebnis. Du gehst dann mit dem irgendwie zum Aldi oder zum Penny und siehst dann, wie nach drei Monaten Arbeit dieser Junge den kompletten Einkauf für die Klasse macht und du nicht einmal helfen musst. Und du bist so stolz. Mhm. Dann sind Sommerferien, die Eltern arbeiten mit ihm nicht weiter, du musst danach noch komplett von vorne anfangen. Ah, ja. Das ist soul-crushing. Das ist wirklich soul-crushing. Ja, gut, Arbeit, also so Pädagogik oder sowas haben wir nicht gemacht, weil wir waren halt alles Erwachsene bei uns. Aber, ja, bei uns war das dann auch immer so, diese Überlastung halt, wenn wir halt Patienten hatten, die halt auch Klienten hatten, die auch randaliert haben, verbal, körperlich aggressiv und sowas wurden und dann halt einfach über Monate, ja, wir haben jetzt hier und da einen Anruf, ob er vielleicht dort herunterkommen könnte oder dort und dort. Während, weiß ich nicht, ich gerade wieder hier einfach mit ihm 22 Uhr irgendwelche Spaziergänge durchs Dorf machen, nur damit die Wohngruppe in Ruhe die Abendhygiene machen kann oder so. Das war der soziale Sektor, aber ist schwierig. Ja, oder wenn du halt, das ist gerade mit Kindern echt krass, wenn du Kinder hast, die nur eine sehr, sehr begrenzte Lebenserwartung haben und du dann irgendwann siehst, wie sie halt vor deinen Augen Rückschritte machen. Oh, okay, das hatte ich nicht. Das brauchst du echt nicht. Nee, wirklich nicht. Das sind so die Sachen, wo du irgendwann nach Hause kommst und denkst, okay, ich muss jetzt aktiv versuchen, das Leben einfach wie im Comic in so eine Elseworld-Schiene zu packen, weil ansonsten wirst du den Tag nicht mehr glücklich und die Woche nicht mehr glücklich. Ja, weil soziale Arbeit, die, weil soziale Arbeit wird am besten verrichtet von sozialen Menschen oder von empathischen Menschen oder sowas, aber Problem ist, die nehmen den ganzen Scheiß auch immer mit nach Hause. Ja, das Ding ist wirklich, die Leute, die soziale Arbeit am ehesten machen wollen, sind am schlechtesten dafür geeignet. Ja, das hab ich dann auch früh gemerkt. Weil die Leute, die so mitfühlend und nett sind, dass sie wirklich Leuten helfen wollen, die haben nur ganz, ganz selten gleichzeitig die Kapazität, das dann auch von ihrem eigenen Seelenheil zu trennen. Du brauchst diese ganz, ganz, ganz spezielle Art von Mensch. Da gibt es aber, du hast, glaube ich, auch gerade so ein paar Kollegen im Kopf, wo du denkst, du bist geschaffen für diesen Job. Genau, das sind die, die es irgendwie schaffen, auf der Arbeit mitfühlend und empathisch zu sein und nach der Arbeit einfach einen Cut zu ziehen. Und das ist so ein krasses Talent und das sind so wenig Leute, aber das sind die einzigen, die das wirklich lange machen können. Ja. Und die werden dann nicht mal sonderlich gut dafür bezahlt und das ist scheiße. Richtig, und die sollen gut bezahlt werden, denn die wollen sich ja Warhammer-Sets kaufen und damit gehen wir mal wieder zurück. Oh, sorry, das ging in eine ganz, ganz komische Richtung jetzt. Oh ja, aber das ist alles Jutti. Da wird kein Wort rausgeschnitten, das lassen wir so drin. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs, ne? Nee, ähm. Ja, Reiki, also langsam, wir sind jetzt auch schon gut dabei wieder so. Langsam muss ich dann ja auch irgendwann mal Schicht im Schacht bei mir machen, weil morgen ist Werktag, es muss geschaffen werden. Ja. Aber, ähm, ja, wenn du noch, soll ich mal so ein paar, ähm, Anregungen oder so, oder so etwas zum Schluss hast für Fantasy oder ein Schlusswort, was dieses Warhammer Fantasy oder 40k, wenn da noch irgendwas im Raum steht, dann, äh, letzte Inspiration, go on. Okay, ähm, dann würde ich das vielleicht einfach kurz nutzen, um zu sagen, was Fantasy für mich ausmacht und warum es euch eventuell gefallen könnte und womit ihr anfangen könnt. Ja, gerne. Wenn ihr ein Universum sucht, was sehr, sehr nah an der historischen Realität arbeitet und gleichzeitig einige der abgedrehtesten und coolsten und innovativsten Fantasy-Rassen bietet, die es gibt und das auf eine sehr natürliche Art miteinander verschmelzt, sowohl die historische Realität als auch die High-Fantasy-Bullshits quasi, dann solltet ihr euch Warhammer Fantasy unbedingt mal angucken, weil das macht das Universum in meinen Augen besser als kein anderes und ich würde sagen, die besten Punkte, um mit Fantasy anzufangen und Fantasy lieben zu lernen, sind entweder die Videospiele Total War Warhammer oder Vermintide oder halt die Bücher Skarsnik oder, falls ihr es irgendwie bekommt, Grotek und Felix. Ja, dann habe ich zum Schluss jetzt nochmal Total War Warhammer 3, weil ich zocke es ja auch und da gibt es ja ganz, ganz viele Rassen und zum Schluss hätte ich eventuell eine Frage, die ich eigentlich schon von Anfang an fragen wollte. Und zwar, ich habe von vielen gehört, dass so das, was du auch in deiner Besprechung gesagt hast, dass wenn man jetzt alle Rassen da hat, dass da auch ganz viele Figuren aus eigentlich ganz unterschiedlichen Zeitepochen sind, Figuren, die gar nicht zusammen gelebt haben. Ja, genau. Welche von diesen ganzen Figuren-Roster sind denn die unwahrscheinlichsten oder die, die eigentlich am wenigsten eigentlich Sinn machen? Kannst du das sagen? Du meinst, welche überhaupt nicht zusammenpassen? Ja, also ich habe jetzt keine Ahnung, welche Zeitepoche genau dargestellt wird, weil ich auch generell von den Warhammer-Zeiten bin. Gar keine, gar keine. Das aber so, ähm, die, ja, also was passt da so ganz und gar nicht? Also wer ist älter, wer ist jünger, wer ist vielleicht schon lange gestorben? Mein absolutes Lieblingsbeispiel, da kann ich dir eins geben, ähm, Vlad von Karstein und Karl Franz. Ja, der Glatzkopf oder der, der Glatzkopf oder der mit den Haaren? Der mit den Haaren, Vlad, genau. Ja, der große. Der, der noch ältere. Genau, der, der Glatzkopf war Manfred. Vlad von Karstein. Manfred, Alter! Manfred! Der dritte, der dritte im Bunde ist Konrad. Ja. Die drei großen Karsteins sind Vlad, Manfred und Konrad. Aber das beste Beispiel für halt zwei Charaktere, die sich niemals gesehen haben und die sehr bekannt sind, sind Vlad von Karstein und Karl Franz. Und Vlad von Karstein ist 500 Jahre vor der, 450, 500 Jahre vor dem Amtsantritt von Karl Franz gestorben. War er damals schon so ein hässlicher, vergammelter Vampir? Oder ist das der Witz aus Total War, dass er deshalb am vergammelsten aussieht von allen Vampiren? Also, ich weiß nicht, ob das die Begründung ist, aber in Warhammer Fantasy war Vlad nie vergammelt. Okay. Das ist was, was die sich ausgedacht haben. Das Modell von Vlad, er sah immer sehr ausgemergelt aus. Mhm. Aber verrottet war er nie. Okay. Aber ja, das wäre mein bestes Beispiel. Karl Franz und Vlad von Karstein haben sich in der Warhammer-Lore um 500 Jahre verpasst. Beispielsweise, um das nochmal deutlicher zu machen, in Warhammer The Old World können beide nicht auftauchen. Ja. Der eine ist seit 300 Jahren tot und der andere ist 200 Jahre noch nicht geboren. Ja. Das regt mich, also zum Beispiel auch gerade mit diesem, was man nicht aufstellen kann vom Tabletalk, der regt mich auch einfach theoretisch, mich würde dieses Problem niemals betreffen, aber einfach theoretisch regt es mich auf, dass es jetzt mit den neuen Beaky Marines, die man eigentlich jetzt jeder aufs Schlachtfeld stellt für Horror Satter-Sea, es total unlogisch ist, wenn irgendein Iron-Hand-Spieler Ferros Manus aufs Schlachtfeld stellt, weil der gestorben ist, bevor dieses Ding überhaupt in die Fabrik gebracht wurde. Diese Kleinigkeiten. Ja, das ist so, das geht doch gar nicht, wie kann das funktionieren? Ja, weil es eine Fantasy-Welt und Junge ... Das Schöne ist, wenn man das bei Total War Warhammer für sich vereinen kann, da habe ich eine ganz, ganz tolle Erklärung für, betrachte Total War Warhammer als Warhammer Smash Bros. Ja, ne? Es ist ein All-Stars-Spiel. Das hast du auch in dem Video gesagt, ne? Genau, es ist ein All-Stars-Spiel. Ja, und unter dem Ding kann man das auch echt gut ... Finde ich, funktioniert das auch ganz gut, weil das ist ja auch das Schöne, diesen Trailer, den kannst du ja auch gucken, ohne von Warhammer Ahnung zu haben, weil du weißt, was diese Archetypen sind und böse Ikonografie oder böse Symbolik und Hoffnung und so, das verstehst du. Komplett. Und das war schon ein toller Trailer, aber diese City Interactive, Creative? Das Spannende ist, City gibt es auch, die entwickeln nur andere Spiele. Ja, ne? Also, Creative Assembly, die schaffen's ja immer wieder so, irgendwie diese ganze Total War-Manie läuft irgendwie immer so, Hype, 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 Hype. Ähm, passiert nix, alle finden's scheiße. Geiler Trailer, Hype, 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 Hype. Passiert nix, es, oh, es stirbt, es stirbt und dann kommt wieder ein geiler Trailer mit irgendeiner geilen Mucke und wir haben das neue, äh, Yo-Ho, ähm. Das neue Yo-Ho finde ich super. Oh, Alter. Das ist eine schöne Beschreibung. Ja. Ach, wunderbar. Reiki, was kann uns denn jetzt in Zukunft dein Kanal noch, äh, erwarten? 40K-mäßig machst du ja jetzt die Armeen, die willst du ja jetzt wieder vorstellen. Das ist süß, dass du mir den, den Moment gibst. Ähm, ich hab tatsächlich eine Menge zu berichten. Sind eigentlich deine alten Videos noch zu finden? Äh, nee, aber da arbeite ich dann noch mal dran. Das Problem ist tatsächlich, dass ich gemerkt habe, dass, also, also alle, alle Lore-Folgen sind noch da und auch alle Tabletop-Einsteigereien sind noch da. Super. Die gibt es alle. Ähm, und in der Zukunft ist es so, ich arbeite momentan ganz aktiv an, ähm, drei Dingen. Das sind einmal Warmer Fantasy und Warmer 40K-Lore-Folgen, noch immer. Dann bin ich momentan in meiner Season 2 der Tabletop-Einsteigereihe, wo wir alle Armeen des 40K-Hobbys durchgehen. Diesmal in noch ausführlicherer Variante. Also, keins der Armee-Videos ist unter einer Stunde. Da geht's richtig rund. Und zum dritten mache ich, äh, Total, also, ähm, Warhammer the Old World News Coverage. Das heißt, sobald wir da neue Informationen haben, wird's Videos von mir geben, wo ich erkläre, was die bedeuten und was man da eventuell draus ableiten kann. Wie Carla Kolumna live vor Ort in der alten Welt. Kontakt, genau. Und, ähm, ansonsten arbeite ich momentan hinter den Kulissen an einem Pen-and-Paper-Projekt, was Warhammer-bezogen ist. Das werdet ihr eventuell demnächst auch sehen. Okay, und das dann auch für YouTube und so. Genau, also, wenn, 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 wenn alles gut läuft, wenn alles gut läuft, und man weiß ja nie, welche, welche Probleme es gibt, aber wir haben eine Gruppe, wir haben eine Kampagne, wir haben einen Termin und dann wird es demnächst, äh, eine von mir geleitete Warhammer Fantasy Pen-and-Paper-Kampagne auf YouTube zu sehen geben. Das wird spannend, da freu ich mich drauf. Ich auch. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ah, bin gespannt wie ein Flitzebogen, das ist so eine schöne altdeutsche Redewendung. Ich bin gespannt, wo war das? Das war, glaube ich, im Grand Budapest Hotel, wo ich das mal wieder in einem Film gehört habe. Auch ein schöner Film, ja. Ja, der war, der war schön, so auch so schön klein und handlich gemacht. Ah, fein. Gut, Leute, ähm, dann, äh, übernehme ich nochmal das letzte Wort. Wie immer muss ich natürlich sagen, wenn ihr, ähm, guckt die Tinnenkleckse auf meinem Hauptkanal, denn hier blande dieser ganze Warhammer-Quatsch. Ich mag den eigentlich nicht, das ist eigentlich nur Werbung für die drei Tinnenklecks und meine Serie, die ich ganz gern mache. Alternativ guckt auch hier auf meinem sehr, auch von Herzen betriebenen Bolter-Plante-Kanal für lustige, humorvolle Rekrutierungsvideos, anderen Kram und, ähm, ja. Natürlich, ich schätze mal, ihr werdet alle Reiki schon abonniert haben, machen wir uns jetzt nichts vor, aber abonniert den Reiki dann doppelt, macht einen Fake-Account, abonniert den und mit dem Fake-Account auch dann mich. So machen wir das. Ähm, ja, Reiki, es war mir jetzt auch wieder eine Freude, auch zum zweiten Mal. Ich finde, das hat wieder, hat wieder absolut Spaß gemacht, wie du mich jetzt hier wieder in die Welt erleuchtet hast. Ähm, ey, Dieter, ich bin ruhig am liebsten. Oh, das, das freut mich doch gerne. Also vielleicht dann irgendwann auch mal wieder, ähm, in naher Zukunft, später Zukunft, wir wissen es nicht, mal gucken, wie uns die Zeit treiben wird. Ähm, ja, ich wäre für meine, für meines Wissens dann raus. Reiki, kannst du noch was sagen? Ja, ich werde einfach meine übliche Verabschiedung benutzen und das ist, meine Lieben, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und bleibt glorreich. Dün, 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 dün. Dein altes Intro, diese Musik habe ich gerade im Kopf, dieses ... Sehr geil, ja. Dün, 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 dün. Ich kann dir den Track fürs Auto schicken, wenn du willst. Äh, ich glaube, das nehme ich jetzt einfach so als Gag hier, dass ich das ein bisschen scheiisch nachgesungen habe. Also, ich glaube, das ist ein bisschen scheiisch, dass ich das ein bisschen scheiisch nachgelegen habe. Untertitelung des ZDF, 2020